Herzlich Willkommen beim Eintracht Frankfurt Podcast, Ausgabe Nummer 375. Mein Name ist René, außerdem mit dabei der Herr Marvin. Gude. Und der Herr Dennis. Ja, Servus, hallo. Der Herr Basti sollte eigentlich auch mit da sein, aber der hat noch Spaß mit Waschmaschinen. Wer dazu mehr hören will, dem empfehle ich auf jeden Fall die neue morgen erscheinende, hoffentlich 93 Folge, aber auch schon die letzten beiden, wer noch da gar nichts von mitgekriegt hat. Es wird mit Sicherheit großartig werden. Es ist der größte Sprüller des Jahres 2000. Wenn er diese Waschmaschine da hat, dann müssen wir ernsthaft versuchen, ihn davon zu überzeugen, dass er sich als nächstes einen Trockner bestellen muss. Ich will wissen, wie das weitergeht. Das könnte das erste Mal im Leben sein, dass eine Fortsetzung noch besser sein könnte als der erste Teil. Das ist völlig absurd, Mensch. Völlig absurd. Ja, völlig absurd, damit sind wir schon mitten im Thema. Völlig absurd war auch das, was die Eintracht spielerisch in dieser englischen Woche abgeliefert hat. Wir haben uns heute per WhatsApp drauf geeinigt. Wir werden jetzt nicht jedes Spiel im Detail durchgehen. Für diejenigen, die es nicht mitbekommen haben, ich fasse es nochmal ganz kurz zusammen. Von neun möglichen Punkten haben wir exakt null geholt. Das ist die beste Zusammenfassung, die mir an dieser Stelle einfallen kann. Alles gesagt, ja. Ja, da steckt alles drin, was ist, dass du gegen Schalke keine Punkte holst. Ja, kann passieren, hätte vielleicht auch nicht sein müssen, kann ich noch irgendwie verkraften. Dass du gegen Köln und Paderborn, die das Schlusslicht dieser Tabelle sind, auf diese Art und Weise keine Punkte holst und konsequent den beiden nur hinterherläufst, also toter als tot, geht auch von uns gar nicht. Das ist echt richtig bitter. Also Dennis, wie hast du das eigentlich erlebt? Also ich meine, ich habe dir das gestern angeguckt und ich war irgendwann auch fassungslos einfach. Ich wusste nicht mehr, also weil ganz ehrlich, wir können jetzt echt viel anführen und es gibt echt vieles, was mir der Eintracht zugutehalten kann. Es gibt echt knappe Entscheidungen, die zu unseren Ungrenzen ausgefallen sind. Aber man muss halt sagen, so als Tabellen-Achtzehnter, da könntest du mal ein bisschen mehr Angst vor der Eintracht haben, beziehungsweise die Eintracht könntet ihr auch einfach mal schlagen. Oh Mann, also definitiv war ich einfach nur total enttäuscht. Und ich muss mich wirklich mal selbst kurz loben, dass ich den Fernseher nicht ausgemacht habe, weil es mir so auf die Nerven auch ging. Es war einfach nur grauenvoll, es war fürchterlich, es war, wie soll ich das sagen? Du sagst zwar, es war viel Positives dabei, ich finde, und da sagst du es im Nebensatz eigentlich genau das Richtige. Paderborn, Leute, wir müssen da normalerweise locker auftreten. Das Selbstbewusstsein ist komplett im Eimer. Wir reden ja viel von, ist die Qualität im Kader da? Was ist los? Fehlt der Kopf? Ist der Kopf irgendwie blockiert? Also ich fand, Qualität, um Paderborn zu schlagen, müsste der Kader selbst mit dieser skurrilen Ausstellung haben. Und auf der anderen Seite, dass dann der Kopf wirklich, dass dich dazu führt, dass du wirklich kaum einen geraden Ball spielst und kaum irgendwie ins Spiel reinkommst. Und das 1-0 ist für mich da auch wirklich so bezeichnend für. Dann gehst du nicht richtig hin, dann lässt du dich da vorführen, dann sieht es auch wieder ein Wiedwald so unglaublich schlecht aus. Und das kommt wieder alles zusammen. Und das geht mir sowas von auf die Nerven, weil, und wir wissen es, natürlich am Ende wird erst die Abrechnung gemacht. Aber gegen Paderborn und Köln hättest du unbedingt gewinnen müssen, wenn du noch ein bisschen Ambitionen für mehr hast. Und eventuell mittlerweile ja sogar, wenn du dich da unten jetzt komplett reinrutschen willst. Viele reden ja schon davon, wir sind unten reingerutscht. Ja, es sind tatsächlich nur noch verrückterweise drei Punkte. Aber du steckst mittendrin. Und das geht mir total auf die Nerven. Jetzt muss man noch sagen, gegen Paderborn ist für mich keiner, der mir unten Punkte wegnimmt, dann gegen den Abstieg und so weiter. Sondern Paderborn ist für mich jemand, die werden wahrscheinlich als Tabellenletzter am Ende absteigen. Da haben wir jetzt nicht so diese typische Sechs-Punkte-Konstellation. Trotzdem, Köln, da ist es anders. Dafür sehe ich, oh, da müssen wir wirklich aufpassen, dass die nicht am Ende der Saison vor uns stehen. Und wir im Endeffekt dann sowas beim 16. Spieltag verdödelt haben. Also, es geht mir total auf die Nerven. Ich bin immer noch total aufgeregt. Schade, dass es leider jetzt so weit gekommen ist. Und ich hoffe, die Verantwortlichen, bitte, bitte, bitte haben das alles gesehen, ziehen die richtigen Schlüsse und handeln sofort. Denn wir haben nur eine ganz kurze Vorbereitung, beziehungsweise Pause. Und da muss unbedingt was passieren, weil so kann es nicht weitergehen. Und es hat sich ja angedeutet, die letzten Spiele. Es sind ja nicht nur zwei Spiele gewesen, es waren ja wirklich etliche Spiele, wo es nicht funktioniert hat. Sorry. Ja, aber das war jetzt schon so ein bisschen der Höhepunkt. Also, ich würde es jetzt auch mal komplett, also, weil es ja auch mal so ein Diskussionsthema war, irgendwie platt. Also, körperlich platt würde ich jetzt nicht sagen. Ja, wir haben eine ganze Menge an Spielen in der Hinserie gemacht. Aber die Spieler, die irgendwie da gegen Paderborn vor allen Dingen auch auf dem Platz standen mit einem, mit einem Fallett, mit einem Chandler, wo du auch sagen musst, so viele Spiele haben die jetzt nicht gemacht. Ja, also, das ist jetzt für mich kein Argument. Aber wenn du dir halt die Werte anguckst, Paderborn ist sieben Kilometer mehr gelaufen, als wir in dem ganzen Spiel. Die sind halt einmal komplett über diesen ganzen Acker da irgendwie drüber, um da halt eben auch einfach die Punkte für sich einzufahren. Und das habe ich bei uns nicht gesehen. Die einzigen, die ich gesehen habe, die gelaufen sind, ist ein Kostic, der seit Spiel für Spiel rennt und wo du auch von Spiel zu Spiel merkst, dass dieses Frustpotenzial immer weiter nach oben geht. Der hat ja am Ende auf dem Platz gelegen und wollte einfach auch nicht mehr, weil er festgestellt hat, ey, ich bin hier der Einzige, der immer wieder was versucht. Und alle anderen laufen weg vor dem Ball, wollen den Ball nicht haben, wollen keine Verantwortung übernehmen. Ich sehe da null Siegeswillen in dieser Mannschaft und ich frage mich ernsthaft, wo das herkommt. Weil da sind ja die Spieler, die im letzten Jahr, die im Jahr davor genau das Gegenteil gezeigt haben. Die sind ja da, aber warum ist diese Mannschaft so leblos in dem Moment? Ja, also ich glaube, da spielt tatsächlich viel der Kopf eine Rolle. Ich denke aber auch, dass man muss auch offen darüber reden, dass der Wechsel hin zu einem anderen System beziehungsweise zu einer anderen taktischen Einstellung der Mannschaft vielleicht auch einfach nicht gut bekommen ist. Das ist ein Paderborn-Spiel, meinst du? Nee, nee, das geht noch viel weiter zurück. Paderborn, da könnten wir jetzt über das 4-4-2 sprechen. Das können wir vielleicht gleich noch tun. Mir geht es aber eher um grundsätzliche Dinge. Mir geht es hier eigentlich darum, das haben wir ja auch schon länger gesehen, dass das Pressing, dieses Frühangehen, nicht mehr kommuniziert wird und auch nicht mehr gemacht wird. Also wir haben ja, das kannten wir ja noch unter Kovac, kannten wir das noch. Die Anfänge von Hütter waren ja genauso, aber dann hat er irgendwann versucht, das schon umzuwandeln. Und das ist genau das, was der Mannschaft für mich, glaube ich, aktuell auch fehlt. Vielleicht hast du auch nicht mehr die Spieler. Andererseits kann das nicht so hundertprozentig passen, denn du hast mit Da Costa jemanden, Kostic, die auf jeden Fall genauso gespielt haben. Und zweite Teile der Defensivabteilung waren im letzten Jahr auch so. Natürlich ist das aufwendig. Und ich verstehe auch, dass natürlich gerade bei der Anzahl von über 30 Spielen in dieser Hinrunde natürlich das alles auch auf die Knochen geht. Trotzdem hast du das ja konsequent nicht gesehen. Und ich glaube, das hat der Mannschaft, also das war so ein bisschen die DNA der Mannschaft, immer früh drauf gehen. Und Kostic probiert das noch. Ja, und ich will auch hier auch ein paar Leute vielleicht aus der Kritik rausnehmen. Dicke hat auch wieder ein ordentliches Spiel gemacht. Kommt frisch rein, ist auf einer ungewohnten Position auf der linken Seite, hat ein wirklich gutes Spiel gemacht. Kacinovic ebenfalls. Also da sind so kleine Lichtblicke. Aber am Ende fehlt es mir an dieser DNA und auch an der klaren Linie, auch dieses 4-4-2. Ich erinnere mich noch an Hütter, der, das haben wir heute bei Fußball 2000 auch, der vor ein paar Wochen noch gesagt hat, dass ein 4-4-2 für ihn aktuell nicht in Frage kommt. Und zwei Wochen später lässt er es jetzt doch spielen. Ja, also er schlägt seine eigenen Argumente. Und das ist natürlich schon sehr absurd. Und ich kann auch, es gibt auch keinen Grund für Ermüdungserscheinungen, wenn die Hälfte der Mannschaft jetzt gerade gegen Paderborn halt eigentlich sehr unregelmäßig da vorne auf dem Platz gestanden hat. Also da sind viele Dinge, die nicht zusammenpassen. Und ich glaube auch, dieses Zusammenwürfeln ist natürlich auch schwierig, weil keiner weiß genau, in dieser Formation selten zusammengespielt. Auch die Mitspieler waren andere, Valette kam plötzlich rein, ein Chandler ist auch noch nicht so lange dabei. Da sind so viele Momente gerade, da kostet er nach vorne gezogen, da müssen die auch erst mal klarkommen. Weiß ich nicht. Und dann kommt für mich noch dazu, wenn wir jetzt ganz konkret Paderborn nehmen, dann ist das für mich trotzdem eine fucking Angsthasen-Mannschaft gewesen. Eine Aufstellung, die viel zu defensiv ist gegen einen Gegner, der ist fucking Tabellen 18. Ich muss doch irgendeine Reaktion nehmen nach Köln, nachdem ich echt bitter verloren habe. Wir haben 2-0 geführt. Das 2-1 kann immer passieren. Aber ich kann doch nicht in der zweiten Halbzeit überhaupt nicht ins Spiel kommen. Nach dem 2-1 muss ich doch sagen, okay Leute, wisst ihr was, wir sind doch eigentlich okay dabei. Wir müssen jetzt schnell aufs 3-1 gehen, dann ist der Deckel hier zu und dann kommt Köln auch nicht mehr zurück. Überhaupt nicht passiert. Und diese Einstellung, diese Lethargie, die ich gesehen habe, über weite Teile, vielleicht kann es ein Kopf-Kopf-Problem, aber man muss es sich doch nicht noch weiter reinreden. Gegen Paderborn hast du eine hoffnungslose Mannschaft gesehen, zum großen Teil, trotz kleiner positiver Ansätze, wie ich gerade gesagt habe, die aber immer zu spät auch den Gegner angegangen ist, sodass jede Aktion des Gegners irgendwo in unserem 16. Plotpotenzial gefährlich war. Und das kann doch gegen Tabellen 18, weiß Gott, nicht sein. Da muss was rein, da muss, wie kostet der Garant ist, der viel gemacht hat. Da müssen mehr Arschlöchte dann auch auf dem Platz sein und sagen, nee, wisst ihr was, Ficker, jetzt reicht's aber mal. Jetzt geht's ja mal ganz anders, rum, ihr seid Tabellen 18, da wir ziehen euch mal hier die Ohren lang und so weiter und so fort. Da muss mehr Galligkeit auch rein, ja, damit du irgendwie diese negative Trendwerte umgehen kannst. Und das fehlt mir gerade. Weiß nicht, ob die alle zu lieb sind. Ich weiß nicht. Du musstest ja sowohl bei Paderborn als auch gegen Köln, mussten die ja nicht mal in den 16er rein. Ich erinnere mich an diesen Schuss von Hector da gegen Köln, der aus 20, 22 Metern war. Gegen Paderborn, ich weiß nicht mehr, wie der Torschütze hieß da zum 1-0, dieses Ding, was sich da hinter Wiedwald rein stellt. Weil da halt auch 20 Meter vorm Tor halt keiner auf den Gegenspieler geht. Ja, die laufen halt hinterher, die sind konsequent immer irgendwie einen Schritt dahinter. Und da, wo in Paderborn, in Köln, aber auch Schalke irgendwie zu zweit, zu dritt auf dem Gegenspieler geht, so nach dem Motto, wir wollen jetzt den Ball haben und wir helfen uns gegenseitig, lassen wir da einen einzeln irgendwie rumwuseln und die anderen sind was weiß ich wo auf dem Feld. Also da ist halt auch kein Zusammenspiel in dem ganzen Ding irgendwie drin. Aber das passt ja genau zu dem, was der Marvin eigentlich sagt. Ich denke auch, dass diese Automatismen haben überhaupt nicht funktioniert. Ich habe da so viele Fehlpässe, leider auch Dost war wirklich teilweise ein Fremdkörper. Klar, er hat sein Tor gemacht und in der zweiten Halbzeit war das dann auch alles ein bisschen besser. Aber ich erinnere mich an so viele Szenen, da wurde er angespielt, hat eigentlich eine sehr gute Situation. Entweder er vertettet sie oder der Ball springt so unglücklich oder wird so unglücklich weitergegeben, dass er direkt wieder dem Gegner eine Angriffsmöglichkeit gibt. Und das ist jetzt auf den Spieler Dost, habe ich jetzt nur als Beispiel genannt, weil das war in ganz vielen Mannschaftsteilen so. Ein Fernandes war überhaupt nicht im Spiel drin, das muss man wirklich sagen. Der Wechsel Silva, ja, es ist sinnvoll, einen Stürmer zu bringen, aber ich fand das gesamte System vorne, das war wieder diese... Von vornherein nicht verstanden, du spielst, wie Marvin schon gesagt hat, gegen den Tabellenletzten und du spielst mit einer Spitze? Ja, aber es hat ja auch mit der Doppelspitze, muss man ja auch sagen, nicht wirklich funktioniert. Du hast doch dann wieder dieses Problem mit... Eigentlich habe ich ja gehofft, dass wir mit einem viel stärkeren, offensiveren Mittelfeld kommen. Dass nicht diese Doppel-Sechs-Core und Fernandes ist für mich so das typische, ich mache hinten alles kaputt, nach vorne geht eh nichts. Sondern Gasinovic vielleicht, dann wirklich noch Kamada, dann gerne auch noch einen Sow, den es nach vorne zieht. Weil wir haben ja das Problem gehabt, dass unsere Stürmer nicht getroffen haben. Wir haben das Problem gehabt, dass diese Kostic-Außenläufe jedes Mal dann im Nichts gelandet sind. Deshalb kann ich schon verstehen, dass er sagt vielleicht, wir wollen aus einem stabileren Mittelfeld kommen, aber das musst du dann auch offensiver aufstellen. Was ist denn das für eine... Also Cor und Fernandes ist zwar stabil, aber auch nur stabil nach hinten. Und Cor, ohne jetzt irgendwie Einzelne rausziehen zu wollen, aber der Kerl nervt mich halt auch maßlos, weil er halt für die neun Millionen, die er gekostet hat, immer zwei Schritte langsamer ist als der Gegenspieler. Also für neun Millionen, man erwarte ich irgendwie ein bisschen mehr. Ich verstehe es, ich verstehe es, aber lasst uns da versuchen, wirklich an diesem Fakt nicht mehr zu rütteln, weil wir können es nicht mehr ändern. Ja, wollte nur den Basti hier an der Stelle vertreten, der sich da... Ich kann verstehen, es ist ja auch alles menschlich und so weiter und so fort, aber lasst uns da versuchen, irgendwo den, also nicht den kreativen, aber den rationalen Ansatz zu finden, weil das lässt sich jetzt nicht mehr umkehren. Wir müssen sehen, wie wir damit arbeiten, aber was mir hier halt einfach fehlt, und darum reden wir, ihr merkt natürlich, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, Wir sind auch in einer gewissen Art und Weise ratlos. Ja, wir haben auch nicht, also wir haben auch jetzt nicht den klaren Knacker, um jetzt ein, Anführungsstrichen, der berühmte Fußballbock umzustoßen, damit es wieder läuft. Es ist so vielschichtig, wir haben, es sind so viele Dinge, die gerade ins Negative abdriften, dass man irgendwie vereinzelt versuchen muss, an diesen Punkten zu arbeiten. Und ich glaube, für mich wäre es zumindest wichtig, und wir dürfen eins nicht vergessen, dieses fehlende Pressing, er macht natürlich auch was mit den Fans. Wir haben in den letzten Jahren, das ist immer gewohnt gewesen, wir waren es gewohnt gewesen, dass die Mannschaft rangeht, kämpft und ackert und auch grätscht und so weiter und so fort, auch relativ weit vorne. Das hat auch für Risiko gesorgt, denn wenn du vorne schon angehst, gibt es gewisse Lücken, die im Defensivverbund dann offensichtlich werden, das führt dann potenziell auch zu Gegentoren. Gegentore bekommen wir aber jetzt auch. Aber es hat was auch mit den Fans gemacht, denn du hast gemerkt, dass da sich was bewegt, und wenn was richtig geklappt hat, dann war gleich ein Aufschrei, dann war ein sprunghaftes Element da, was auf die Fans übergeschwattet ist. Und das fehlt dir aktuell, auch in einer gewissen Überspieltheit von allen Beteiligten, aber es fehlt dir aktuell. Und momentan empfinde ich sogar auch ein bisschen Lethargie. Ich habe von Basti gehört, der gestern in Paderborn war, der auch Ähnliches berichtet hat, dass man gar nicht mehr, man hat auch nicht mehr gepfiffen, das war irgendwie so lethargisch fast gleichgültig. Und das ist ein Zustand, dem sollten wir uns nicht unglaublich nähern. Sehr gefährlich. Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube, für die Mannschaft wäre es auch gut. Und vielleicht muss der Hütter auch sehen, dass das vielleicht besser zu der DNA der Eintracht passt, wieder auf dieses Pressing, auf dieses härtere Umüber zu gehen. Weil spätestens, wenn wir uns weiter, und wir müssen uns wirklich damit gefasst machen, dauerhaft uns in diesem Abstiegskampf, zumindest für die nächsten Monate, einfach mal sich reindenken, dann wirkt das nämlich auch. Sobald du das nämlich wieder annimmst, sobald du das Pressing annimmst, dann hast du den allein aus der Qualität heraus, weil ich glaube, die Mannschaft hat einfach die Qualität, nicht mit dem Abstieg ganz einfach was zu tun zu haben. Aber wenn du das annimmst, kommst du auch wieder nach oben. Aber du musst das jetzt mal annehmen. Und das lethargische Rumlaufen funktioniert dann auf dem Platz nicht. Und es dürfen auch nicht so viele Einzelfehler passieren. Fernandes ist gestern auch wieder rumgelaufen wie Falschgeld. Das sind einfach zu viele Dinge. Ein Hasebe, den sehe ich aktuell auch nicht in dieser Qualität. Es tut mir so leid, weil das alles Spieler sind, die natürlich gewisse Qualitäten haben. Aber die müssen endlich wieder zurückkommen. Und wenn sie nicht zurückkommen, dann muss ich aber auch für mich, als Trainer auch sagen, dann setze ich andere Leute ein. Und dann setze ich halt den Dika, den Touré dauerhaft ein. Und dann überlege ich, ob ich ein Hasebe oder ein Abraham nehme. Oder wenn Hinteräger natürlich wieder fit ist, dann mache ich das mit Hinteräger, Dika, Hinteräger, Touré. Dann ist das meine Dreierabwehr. Ich würde auch diese Dreierabwehrkonstellation weiter bevorzugen. Und muss dann halt sehen, wie ich das weiter vorne aufbaue. Ich glaube, es ist wichtig, endlich mal Kontinuität auf der einen Seite hinzubekommen und die Mannschaft wieder dahingehend anzutreiben, wieder früher an den Gegner ranzugehen, um diese Momente auch zu initiieren und dann auch denen wieder Selbstvertrauen zu geben. Ich glaube, das ist ganz wichtig und das fehlt uns aktuell einfach. Sehr guter Punkt, weil dafür waren wir auch eigentlich gefürchtet. Die hatten alle ja im Endeffekt, boah, die gehen ja drauf wie die Irren. Und auch wenn natürlich Büffelherde eher auf die drei Stürmer vorne bezogen war. Es ging ja schon, wir kommen da unter die Räder, weil einfach die Eintracht so gallig und geil am Ball ist. Ich verstehe es tatsächlich, aber nicht mal, du hast gesagt, du denkst, dass hier das System ein bisschen umgestellt wurde. Aber auf was frage ich mich dann? Auch von einer Raumdeckung, die ja überhaupt nicht funktioniert und schon seit Wochen nicht funktioniert. Was ist da? Da verstehe ich wirklich Hutte dann gar nicht. Ich habe gedacht, die Spieler fühlen sich anscheinend nicht mehr wohl mit der Situation. Vielleicht tatsächlich auch von den Abständen her, dass sie, das würde ich dann tatsächlich auf die Überspieltheit vielleicht ein bisschen ziehen, dass die Spieler einfach diese Leistung nicht über 90 Minuten bringen können, ist aber an sich ja keine Ausrede. Und die konnten es ja auch vorher. Und das Potenzial und die Spieler müssten ja eigentlich dann auch danach ausgerichtet werden. Wo siehst du da diesen Knackpunkt? Was hat dazu geführt, dass wir überhaupt dieses System umgestellt haben? Ich glaube, das war ganz ehrlich auch Hütters Idee umzustellen. Also ich glaube schon, dass es die Idee war, wieder weniger ins direkte Pressing zu gehen, sondern anders den Spielaufbau voranzutreiben. Also vielleicht, weißt du, weil natürlich ist diese, wenn du presst, zumindest korrigiert mich, wie gesagt, ich bin da jetzt auch nicht derjenige, der die alleinige Weisheit hier mit Löffeln gefressen hat. Auf gar keinen Fall. Wir sind hier immer in der Diskussion. Aber so wie ich das gesehen habe, war das natürlich auch ein Spiel, was jetzt nicht komplett durchkonstruiert war. Du hattest drei absolut geniale Spieler da vorne. Du bist angegangen und sobald du den Ball bekommen hast, wusstest du, du kannst den durch das schnelle Umschaltspiel nach vorne spielen und du wusstest, da vorne wird es gefährlich, weil auch eine gewisse Genialität da war. Die Genialität fehlt uns gerade. Deswegen ist es natürlich auch ein bisschen schwieriger, die Übersetzung zu finden. Deswegen konnte ich natürlich den, ich konnte das natürlich verstehen von Hütter, dass er sagt, wir wollen lieber einen anderen Spielaufbau wählen, um dann zu Chancen zu kommen. Aber du merkst natürlich, dass auch der Spielaufbau nicht funktioniert. Und da kommen wir natürlich, ihr merkt, das hängt alles miteinander zusammen. Warum funktioniert das nicht? Weil auch die Neuverpflichtungen nicht so greifen. Du hast dir von So mehr erwartet, hast dir mehr kreatives Element, du hast dir mehr, ich würde auch fast sagen, du hast dir mehr Offensivdrang erwartet, den bringt er aktuell nicht. Du hast vielleicht gedacht, dass Kamada nach der guten Zeit in Belgien auch noch torgefährlicher wird. Er hat viele gute Ansätze, aber auch das ist momentan, und da müssen wir ganz ehrlich sein, auch noch kein gehobenes Bundesliganiveau, was er betreibt. Das ist nämlich ab dem 16er wird es nämlich relativ dünn. Abschlussschwäche und so weiter und so fort. Das sind alles diese kleinen Punkte, die momentan da reingreifen. Und dann hast du davor noch keine Kontinuität, weil bis auf Patience ist da jeder entweder verletzt oder bringt nicht die Leistung, die Hütte anscheinend will. Sonst würde ja Silva nicht öfter spielen. Also der scheint ja auch überhaupt im Training nicht gut gelitten zu sein. Also du merkst, es sind so viele Punkte, die dann dazu führen, dass zum einen das Presse nicht mehr so funktioniert, beziehungsweise nicht mehr gemacht wird, weil du dir was anderes ausgedacht hast. Aber das andere, was du dir ausgedacht hast, funktioniert nicht, weil die Positionen nicht so besetzt sind, wie du dir auch hofft hast, dass sie besetzt sind. Also so bildet sich das da oder so stellt sich das da. Also nach meiner Meinung nach, wie gesagt, schreibt uns mal hier, ihr seid ja auch gerade bei Twitter alle so live. Es gibt ja einige Leute, die uns hier gerade live zuhören. Sagt mal eure Ansätze. Das muss ja nicht der alleingültige Meinung sein. Aber so kommt es mir gerade vor. Und so erkläre ich mir das. Da kann ich aber sogar schon direkt ein machen. Ich hätte auch noch einen Momentar zugleich. Oder willst du es erst mal, René? Was mich so ein bisschen in den letzten Wochen stört, ist, dass wir immer wieder sagen, ja, die drei da vorne, die drei da vorne. Was den Abschluss angeht, fein, kaufe ich. Aber das Pressing, dieses Ballerobern im Mittelfeld, die Mittelfeldspiele vom letzten Jahr, die sind alle noch da. Und was ich halt in dieser ganzen... Das habe ich doch gerade gesagt. Ich habe doch gerade gesagt, er hat deswegen umgestellt, weil die Spiele nicht mehr da sind, weil diese Schnelligkeit, den Ball nach vorne zu spielen, weil die drei Leute da sind, die einen schnelleren Abschluss suchen, auch nicht mehr da sind. Deswegen musst du einen anderen Aufbau wählen. Ja, du kannst einen anderen Aufbau, aber mir geht es jetzt um die Balleroberung im Mittelfeld. Wir machen kein Pressing im Mittelfeld. Sondern wir warten wirklich, bis der Spieler 20 Meter vorm Tor ist und dann überlegen wir uns mal auch so ein bisschen Pressing. Das wäre jetzt vielleicht mal eine geile Idee. Ja gut, das war ja das, was ich jetzt gesagt habe. Ja, aber im Mittelfeld die Leute sind... Ich verstehe, Marvins Punkt ist ja eigentlich auch, dass eigentlich daraus die Abnehmer vorne eben nicht da sind. Deshalb wird das Pressing nicht so konsequent, egal ob erste Reihe offensiv oder Mittelfeld oder sonst was nicht mehr so konsequent verfolgt. Marvin, habe ich dich, glaube ich, richtig verstanden. Ja, klar. Ich denke aber, das Problem ist doch gerade diese Genialität oder diese Genialität, die wir in der letzten Saison hatten, die brauchst du zwar auch, wenn du heftig presst und dann schnell zum Abschluss kommen willst, aber noch mehr brauchst du es doch, wenn aus dem Spiel raus sonst gar nichts geht. Und ich muss sagen, es sind eher Zufallsprodukte, gerade wenn die gegnerische Mannschaft noch nicht so sortiert ist. Eine Mannschaft wie Pader Bonn, wenn du da richtig draufpresst und die sind in der Vorwärtsbewegung, müsste normalerweise immer eine Torschau daraus generiert werden können. Oder auch Mannschaften, die noch richtig offensiven Fußball spielen, Leverkusen, was weiß ich, Dortmund etc. Also wo du merkst, da kannst du, wenn du ordentlich presst, sogar einfach ein Zufallsprodukt haben, weil die Reihe nicht richtig steht. Ich finde, da ist eher das Problem, dass wir überhaupt kein Mittel mehr finden um unsere Stürmer. Und da bin ich wieder beim René, dass auch das Mittelfeld absolut kacke ist, weil die überhaupt nicht mal aus der zweiten Reihe einen schönen Schuss aufs Tor bringen, dass dann nichts geht und dass dann diese Kostic läuft auf außen, läuft sich ein Ast und zieht das Ding rein, dass das dann nicht mehr funktionieren kann, weil jeder Idiot und jede Mannschaft sich darauf einstellen wird. Egal, ob Kreisliga oder sonst irgendwas, die stellen sich da vorne rein, laufen mit, da funktioniert dann nichts mehr. Das heißt, eigentlich das Mittelfeld ist ein Problem und mit dem Pressing finde ich eigentlich schade, weil ich dachte eigentlich, dass das vielleicht ein Mittel ist, wenn es aus dem Spiel raus sonst ein bisschen hapert und du es nicht so richtig auf die Reihe bekommst, dass du ein Zufallsprodukt auch generieren kannst und das fehlt für mich voll und ganz. Ich bleibe dabei, dass du trotzdem den Ball früher erobern könntest und gut, dann musst du dir vielleicht anders da überlegen, wie du dein Spiel aufbaust, aber früher an den Ball kommen, das wäre es. Aber ich ziehe jetzt hier einfach den Telefonjoker und frage mal den Basti, der ist nämlich jetzt hoffentlich in der Leitung. Oh, das klingt aber sehr nach Trommel. Sitzt du in deiner Waschmaschine oder was ist hier passiert? Weiß ich nicht, was ist schlecht, also was geht's? Man hört dich fast gar nicht. Basti, ich schmeiße dich nochmal aus der Leitung und dann probierst du es einfach nochmal. Ja, Telefonjoker hat nicht funktioniert. Das ist ungefähr genauso gut wie beim Spielaufbau von der Eintracht. Aber genau, also kommen wir genau nochmal dazu zurück, bevor Basti hoffentlich gleich mal vorbeikommt. und wir sprechen ja viele gute Punkte an, das ist genau der Punkt, aber ich habe das Mittelfeld angesprochen. Natürlich, das ist ja ganz klar, dass wir gerade merken, dass die Spieler des Mittelfelds, die von denen wir gedacht haben, dass sie eine gewisse Qualität haben, die momentan halt nicht auf den Platz bringen können. Und das lähmt natürlich das Spiel, weil wir müssen auch sagen, der Spielaufbau, und ehrlich gesagt, diese ganze Offensivstrategie, die ist momentan nicht zu sehen. Das ist wirklich so grauenvoll, ja. Seit Wochen. Seit Wochen. Und bei allem Respekt, und ich will, es werden hier schon viele Diskussionspunkte aufgemacht, von wegen Hütter und so weiter und so fort. Aber auch Hütter muss sich einfach hinterfragen, inwiefern er es für sinnvoll hält, mit dieser nicht vorhandenen Offensivstrategie weiter zu verfahren. Also er muss da mehr machen. Ja. Nächster Versuch, Basti. Fest, fest, 1, 2, 3. Nee, klingt immer noch nach Tonnen, Oskar. Vielleicht mal die Stecke festdrücken. Ich starte jetzt mal komplett. Keine Ahnung, was hier ist eigentlich. Ja, starte oder mal neu, dann machen wir mal den nächsten Versuch. Ja, also, ich erwarte schon von einem Hütter, wenn man sagt von wegen, okay, wir haben das jetzt irgendwie das System umgestellt, weil unser Aufbau so nicht mehr funktioniert, dass er irgendwann an einem gewissen Punkt einfach feststellt, so nach dem Motto, nee, funktioniert nicht. Und dann lasse ich mir was anderes einfallen. Aber auf Biegen und Brechen gefühlt weiter so, das muss er sich auch als Trainer ankreiden lassen, dass er da schlauer sein muss. Was mir aber nicht passt, ist jetzt direkt diese Trainerdiskussion irgendwie aufzumachen. Ja, kann man sicherlich irgendwann, aber ganz ehrlich, das ist jetzt auch die viel zu einfachere Lösung für mich. Ja, das kann ich absolut nachvollziehen. Also ich finde, mal schauen, was Basti dann gleich sagt, wenn er kommt. Ich finde aber auch, dass wir sowieso überlegen sollten, halt nicht einfach die erstbeste Lösung zu nehmen. Und die erstbeste Lösung ist halt immer zu sagen, am Trainer stimmt was nicht. Genauso wie auch oft gesagt wird, ah Gott, oh Gott, warum spielt der und der nicht? Der hätte es viel besser gemacht. Ich lese sehr oft Jovelic. Bei allem Respekt für Jovelic, ich glaube nicht, dass er alleine die Kohlen aus dem Feuer holen könnte tatsächlich. Und das sind halt so viele Unterpunkte, wo ich glaube, dass die Mannschaft erstmal, die hat ein bisschen Qualität, die kriegt das auch hin. Aber bevor wir jetzt sagen, wir müssen den Trainer entlassen, glaube ich viel eher, dass wir dem Trainer die Chance geben müssen, neue Lösungsansätze zu finden. Wichtig ist aber, dass er erkennt, dass er neue Lösungsansätze braucht. Und das ist wichtig. Das heißt, für mich ist es ganz essentiell zu sehen, wenn die Frankfurter Eintracht und die Verantwortlichen sehen, dass sie hier in einer Zwangslage sind, in einer schwierigen Lage, aus der sie jetzt rauskommen müssen. Denn es bringt nichts, wie ich bei vielen Experten jetzt zuletzt gehört habe, bei vielen Leuten, die, Grüße an Patricia, falls du zuhörst, die das jetzt auch vorhin im Gespräch gemeint hat, die gemeint hat, dass das Problem ist, dass viele Experten sagen, die Eintracht fängt sich schon wieder, das ist jetzt gerade ein bisschen schlecht gelaufen. Dann machst du es dir zu leicht und dann hängst du richtig im Schlamassel drin. Wir dürfen nämlich nicht vergessen, liebe Leute, wir haben jetzt Winterpause, das ist gut, die ist kurz genug, aber wir haben ein krasses Programm direkt danach. Das geht schon am 18.1. weiter und da gibt es richtig knackige Gegner. Wir haben keine Zeit zum Verschnaufen. Relativ bald kommt Leipzig, davor haben wir auch toughe Gegner und du musst schnell punkten. Du kannst nicht, also das allererste Spiel zum Beispiel gegen Hoffenheim, in Hoffenheim, da musst du schon am besten dreifach punkten, weil wenn du das nicht machst, dann kommst du gleich in eine extrem negative Spirale. Das heißt, du musst jetzt eigentlich sehen, dass du in der abkürzester Zeit die Stellschrauben so drehst, im Winter am besten logischerweise, dass du sowohl in der innere Vision siehst, okay, hier läuft einiges falsch, kann ich mit den Leuten noch weiterarbeiten oder kann ich es nicht und wen brauche ich? Also das muss auch klaren Geistes passieren und es kann nicht sein, dass ich sage, ach komm, weiter, so es wird schon wieder. Ja, die Pause ist echt kurz, also am zweiten Starten, das Trainingslager in die USA was ja von langer Hand irgendwie geplant ist, aber wahrscheinlich jetzt auch so ziemlich zur Unzeit irgendwie kommt, wo jetzt so richtig, vermutlich jetzt erstmal keiner so richtig Bock drauf hat. Und dann hast du eben diese drei knackigen Spieltage am Anfang, Hoffenheim, Leipzig und dann Köln, Köln sag ich schon, Düsseldorf, Entschuldigung. Keiner Verstehung. Ja, kann ja mal passieren, Düsseldorf, Köln, Paderborn, alles dasselbe. Also das wird schon sehr anspruchsvoll und irgendwie müssen wir jetzt einfach diesen Siegeswillen wieder in diese Spielereien reinkämpfen und ich glaube, da ist auch ganz viel, was die Mannschaft einander mal irgendwie aussprechen muss und da muss dann auch ein Hütter mal wirklich an seiner Art und Weise, wie er da spielen lassen will, arbeiten, sonst wird das richtig unangenehm. Ich erwarte eine Frage. Offenheit. Ja, hau rein. Ja, und zwar, ich habe jetzt im Interview gelesen gehabt, ja, warum er Jovelic nicht bringt. Er sagt ja immer, er möchte ihn schützen, um eben nicht ihn zu verbrennen in den Situationen. Finde ich ein bisschen schade, weil ich fand eigentlich immer, wenn er zum Einsatz kam, hat er wirklich dieses Feuer gezeigt, was wir uns ja eigentlich gewünscht haben, dass dieses Pressing, erste Reihe Pressing und so weiter. Also ich erinnere mich an zwei Einwechslungen. Da kam er, ich glaube, siebzigste Minute oder sowas, wo er wirklich ordentlich Dampf nochmal gemacht hat. Das ist doch eigentlich, so ein Spieler kann doch da wirklich ein Dosenöffner sein. Ja, klar, weil er halt einfach im Gegensatz zu den anderen halt diese Geiligkeit und diese Motivation, da hat dem es halt vollkommen egal, was vorher war, sondern der rennt halt einfach. Der will den Ball haben, um ein Tor zu schießen. Also das ist natürlich eine Voraussetzung, die du dir jetzt stellst, von der du auch nicht weißt, ob du so belegen kannst, René. Denn das sagst du jetzt halt einfach und das ist okay, okay, aber ganz ehrlich, ich glaube es nicht tatsächlich. Ich kann euren Ansatz verstehen, das ist ja genau das, was ich auch gerade kritisiert habe, dass jeder sagt, naja gut, was müssen wir mit Jorvelic und so weiter. Ich glaube nicht, dass er die Kohlen aus dem Feuer holen könnte. Nee, das ist nett. Aber dass der natürlich mit dem ganz anderen Auftreten da unterwegs ist, ist für mich nachvollziehbar. Aber er wird jetzt... Auch die anderen vielleicht ein bisschen ansteckt damit, weil ihr habt es ja schon richtig gesagt, so diese Lethargie, auf einmal, naja gut, selbst ein Kostic, der dann sagt, boah, ich bin jetzt schon das zwanzigste Mal hier reingerannt und wieder ist da vorne kein Vogel, der sich freiläuft. Vielleicht gibt das nochmal neue Impulse. Nee, glaube ich nicht, weil du hast Kostic gerade angesprochen, der rennt da hoch und runter, der treibt die anderen an. Du hast einen Hinterägger, der sich hinten den Ball holt und nach vorne geht und Tore einleitet. Das gleiche macht einen Dicker, der auch die Leute mit seinen jungen Jahren am Wochenende gegen Paderborn anschnaut. Sie sollen da halt auch mal mit zurückgehen. Also du hast ja auch so Leute, die sie antreiben würden oder die das ja tun und trotzdem springt der Funke nicht über. Also da bringt dir ein Juwelic an der Stelle auch nichts. So, dritter Versuch, Basti. Hallo? Ja! Er ist raus aus der Waschmaschine. Hi Basti, schön, dass du da bist. Guten Tag. Aber ich kann es insofern verstehen, dass ich zumindest sagen würde, es ist jetzt nicht schlimm, wenn man ihn mal bringt. Also das Argument mit Juwelic schützen ist auch Quatsch. Ich finde, du kannst ihn bringen, aber ich glaube nicht, dass du so große Hoffnungen auf ihn setzen solltest. Weißt du, das ist halt für mich der Punkt. Basti, hat es mit deiner Waschmaschine jetzt endlich geklappt? Dazu werde ich bei 93 ausführlich Stellung beziehen. Uh, großer Teaser. Nee, es läuft tatsächlich noch. Ich kann aktuell nichts sagen. Ah, okay. Der ganze Prozess ist noch tatsächlich am Laufen. In den Vorgang kann nicht eingegriffen werden. In den Vorgang kann nicht eingegriffen werden. Was ich hier schon mal verraten kann, zumindest ist Hermes gekommen. Okay. Ich habe jetzt hier die Tür zugemacht. Ich will es alles gar nicht wissen. Habe ich gesagt. Wenn ich hier auflege, werde ich es sehen. Ob es klappt, wenn nicht, dann ist es besser für die und für mich, dass ich das dann nicht mitbekommen habe, dass es nicht funktioniert. Ja, Teaser für 93. Wer wissen will, was hinter dieser geschlossenen Tür passiert, der wird sich die 8-Stunden-Sonderepisode bei 93 am Heiligabend anhören müssen. Aber wer hätte das gedacht, dass ich das mal sage, die Eintracht hat ja auch größere Probleme als ich mit meiner Waschmaschine. Das ist korrekt. Das haben wir auch schon versucht, so ein bisschen zusammenzukratzen und schieben es auf fehlenden Siegeswillen, nicht vorhandenes Pressing, fehlende Stürmer und komische Spielsysteme. Hättest du da noch was zu ergänzen? Nee, also ich bleibe dabei. Ich sage es ja auch in allen Formaten, wo ich dazu befragt werde. Für mich ist tatsächlich das im Sommer kaputt gegangen. Im Sommer scheint es irgendwie nicht genug Absprachen gegeben zu haben oder die Vorbereitungen waren nicht da. Weil nochmal, dass der Adalas in der Mannschaft sehr, sehr groß sein wird, wusste man nach dieser erfolgreichen Saison. Und man hatte in der Vergangenheit immer das Gefühl, die Eintracht ist auf alles vorbereitet. Also die Eintracht, ganz ehrlich, als Bobicci angefangen hatte, hat er, glaube ich, 2,7 Millionen Euro zur Verfügung. Dann musste er Valejo leihen. Also es wurden sehr, sehr viele kreative Dinge gemacht, wo wir alle begeistert waren. Mascarell wurde geholt, bla, bla, bla. In Dica ist entdeckt worden. Und dann war der erste Sommer, wo wir endlich dieses Geld hatten. Und der ist für mich überhaupt nicht ideal gelaufen. Und das ist, finde ich, sehen wir. Weil ich finde, du hast halt einfach hier eine Mannschaft gehabt, wo Spieler dabei waren, die irgendwie einen Spirit hatten. Und das hast du jetzt gar nicht mehr. Jetzt hast du viele, viele. Und die Neuzugänge alleine können es halt auch nicht richten, weil die neu sind. Also eigentlich müsste eine Struktur da sein, die sagen, ey, so und so läuft es. Ist es aber nicht. Und so hilft irgendwie keiner keinem. Also das ist ganz, ganz merkwürdig. Du hast irgendwie das Gefühl, das wirkt wie so eine, ja, das wirkt wie eine Schulklasse, wo, weiß ich nicht, die Hälfte ist weggezogen. Und Philipp Kostic guckt sich um und denkt, toll, wo sind die ganzen coolen Kinder her, mit denen ich hier im Pausenhof rumhängen kann. Das sind ja nur noch Trottel. So wirkt das momentan. Also wir haben tatsächlich auch krasse Leistungsgefälle innerhalb der Mannschaft, muss ich sagen. Und ich kann mir immer noch nicht erklären, wie da Costa jemals so gut spielen konnte, wie er das da getan hat. Weil wenn man den jetzt sieht, der hat ja nicht mal, der hat ja nicht mal irgendwie so ein Basisspiel drin. Keine Ahnung, dass er so eine Marcel Schmelzer-Nummer abzieht und einfach irgendwie Dienstnach-Vorschrift macht. Wenn der nicht in Form ist, dann wirkt der tatsächlich so, als wenn er nie in seinem Leben Fußball gespielt hätte. und wir können ja die ganze Mannschaft durchgehen. Ich glaube, wir haben sehr, sehr, sehr viele Baustellen, die zu einer großen werden. Und für mich ist die Größte tatsächlich einfach, dass uns kein einziger Neuzugang weitergeholfen hat. Ja, und es wäre bitte notwendig gewesen, muss man halt auch sagen. Das ist es ja, wenn du so viele verlierst, dann willst du die ersetzen. Also das ist es ja. Aber das ist doch dann wieder ein Systemproblem, dass du im Endeffekt, dann hast du eventuell tatsächlich auf ein System gehofft. Marvin, da kommen wir auch wieder auf deine Systemumstellung bezüglich weg von diesem aggressiven Pressing hin zu, was auch immer, mehr Spielkultur. Ja, Was auch immer ist, ja, sehr gut zu sagen. Also schwierig. Finde ich super kacke, weil du merkst natürlich, wenn das System vorher funktioniert hat, du brichst das System und nimmst Spieler weg und bringst Spieler rein, die nicht liefern und dann hast du natürlich ein Hickhack mit so viel, das ist wie wenn du ein Teil auseinandergebaut hast, irgendein Elektronikteil und machst dir vorher keine Liste, wo was hinkommt und versuchst das jetzt wieder zusammenzustecken. Das ist sehr schwierig. Das ist super. Ich kann mir vorhin vorstellen, Hütters Job ist momentan wirklich zum Kotzen, weil er selbst wahrscheinlich denkt, warum funktioniert denn hier auf einmal nichts mehr? Ja, und das ist ein großes Problem. total unbeteiligt daran. Er hat ja angefangen, das Ding auch mit auseinanderzubauen, ohne jetzt irgendwie sich einen Plan zu machen und was ich ihm halt auch absolut angreifen würde an der Stelle ist halt, dass er auch keinen Plan B hat. Ja, also wenn ich anfange, sowas auseinanderzunehmen und ich mache mir keinen, mein Plan A funktioniert nicht, dann habe ich irgendwie einen Plan B in der Tasche, was ich machen kann und den sehe ich halt momentan auch nicht. Der Plan B sehe ich schon, aber das ist diese, Kostic Nummer läuft immer über außen und zieht rein und das funktioniert einfach nicht und hat auch bis jetzt jeder immer gesehen, dass es jetzt wochenlang nicht funktioniert hat. Die Mannschaften haben sich darauf eingestellt. Ja, jetzt hoffen wir mal, dass er in der Winterpause irgendwie was hinbekommt, da wieder neu auch sich Gedanken zu machen. Ich habe ja heute auch gelesen gehabt, okay, Transfers sind eventuell ja, noch im Gedankenspiel, aber eigentlich nicht vorgesehen, wo ich mir auch denke, okay. Ich glaube, wir dürfen da jetzt auch nicht zu viel Hoffnung auf Transfers machen. Ich meine, ja, da muss jetzt irgendwas passieren, aber Wintertransfers sind halt auch A, entweder immer grottig oder B, schweineteuer, weil sie halt alle wissen, dass das so ein bisschen das Problem ist. Also wenn ich mir Hinterecke angucke, dann sehe ich nicht, dass da irgendwas grottig war, sondern da habe ich, glaube ich, auf jeden Fall den richtigen gegriffen. Du musst nur smart genug sein und ich glaube, vielleicht musst du ein bisschen wieder zurück zu der, ja, Leihgeschäft, du musst vielleicht aber auch zu den Vertrauten wieder zurückkehren und musst halt auch einfach gucken, wer dir gute Sachen vorgeschlagen hat. Also ich glaube, ein Ben Munger hat immer noch die Qualität, mit seinem Scouting, den einen oder anderen herzufischen, der uns weiterbringt, aber den musst du dann halt auch dementsprechend vertrauen. Und vielleicht hilft das, dass du halt ein Gesamtkonstrukt, ein neues Gesamtkonstrukt etablierst, das, was ich vorhin gesagt habe. Du musst halt jetzt einfach ganz knallhart überprüfen, welcher Spieler bringt mich aktuell weiter und welcher bringt mich nicht weiter und musst dann halt danach sortieren. Und es kann auch nicht sein, dass wir nur sagen, keine Ahnung, wie viel Geld wir zur Verfügung haben, dass wir das nicht machen, weil es uns vielleicht zu teuer wäre. Fakt ist, wenn wir nichts machen, gerade in der Aufenthalte, Offensive, aber auch in der Stabilisierung, vielleicht in dem Offensivspiel überhaupt, dann wird es nicht nur teuer, genau, dann steigst du nämlich vielleicht wirklich ab. Und das, ich will nicht wirklich den Teufel an die Wand malen, aber für uns, unter dem Frankfurter Eintracht, das ist gut, früh genug die Signalwarnsysteme anzuhaben, um frühzeitig dagegen lenken zu können. Ich finde auch, wir sind in der, ganz kurz zu den Transfersen, wir sind auch in der, was heißt in der Guten nicht, aber trotzdem ist es eine Situation, wo im Sommer ein Turnier stattfindet. Und du hast bei vielen, vielen Vereinen, die Eintracht sind, mit Sicherheit Spieler, die nicht zum Zuge kommen, aber für ihr Land zur WM-EM wollen und noch eine Rückrunde spielen wollen, um mich dafür zu empfehlen. Da kannst du dir mit Sicherheit irgendwo zwei, drei finden, die du dir ausleihen kannst, die dein Konstrukt stabilisieren, und dann kannst du im Sommer probieren, die Fehler des Vorsommers nicht zu wiederholen. Aber wenn ich die Verantwortlichen höre, scheinen die das ja gar nicht zu wollen. Kann natürlich auch Puckerei sein, weiß man nicht. Um die Preise ein bisschen niedrig zu halten, aber das ist trotzdem komisch. Ja, trotzdem muss ich sagen, Marvin hat es schon gesagt, man muss trotzdem immer so ein bisschen sich auch das vor Augen führen, zu sagen, ey, lieber einmal zu früh reagieren, als wie, keine Ahnung, und das ist mein Lieblingsbeispiel, zu denken, wir gehen mit Ricardo Clark als Innenverteidiger in die Rückrunde. Und das wird schon irgendwie klappen. Also der arme Herr Clark kriegt es ja auch ständig ab, weil er als Beispiel herhalten muss, aber damals hat die Eintracht Karim Hagi nicht geholt wegen 500.000 Euro, und es ist abgestiegen, ja, vielen Dank auch. Ich bin auch wie Marvin weit davon entfernt zu sagen, wir steigen ab, aber das glaube ich nicht. Ich glaube, es gibt noch schlechtere Mannschaften. Ich glaube, dass wir auch noch genug Qualität haben, trotz aller Mängel, die die Neuzugänge vielleicht haben, oder Zeit, die sie vielleicht noch brauchen, das kann ich mir schon vorstellen, gerade wenn wir dann, wonach es leider aussieht, ziemlich flott aus beiden Pokalwettbewerben dann draußen sind. Das heißt, du kannst dich dann nur auf die Liga konzentrieren mit dem vorhandenen Material, was du hast. Da wird die Eintracht die Klasse halten, da bin ich sicher. Auch mit dem Trainer, auch mit den Verantwortlichen, so eine Skibble-Geschichte sehe ich hier nicht, überhaupt nicht. Nichtsdestotrotz ist das sehr, sehr enttäuschend. Also das ist sehr, sehr enttäuschend, weil du trotzdem dann wieder Schadensbegrenzung gemacht hast, Eintracht-Style, und eben nicht diesen, oh geil, wir sind jetzt in den letzten zwei, drei Jahren, haben wir wirklich eine geile Entwicklung genommen, wir haben alles gefeiert und alles war super, wir etablieren uns, weil dann fällst du wieder zurück und dann fällst du tatsächlich wieder auf die Stufe mit Bremen. Und ja, Hertha kannst du ja nicht mehr mitzählen gerade, aber das ist schade, weil die Eintracht war auf einem besseren Weg und hat sich das jetzt durch diese Hinrunde echt ein bisschen eingerissen und ich finde trotzdem, dass du den Rest-Hype, den du ja trotzdem noch hast und der ist vielleicht trotzdem finanziell noch irgendwo zu finden und auch vom Namen her zu sagen, okay, wenn du kannst dem Spieler sagen, ey, wir spielen auch noch Europa-Pokal, bla, 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 dass du diesen Rest-Type von Eintracht jetzt wenigstens nochmal nutzt, weil wenn du dann im Sommer erst reagierst, wenn du vielleicht die Relegation gewonnen hast, dann bist du auch wieder zwei, drei Regalbretter unten angekommen, was Spielertransfers betrifft. Nachdem, erinnert euch, was im Sommer für Aussagen getätigt wurden, ja mittlerweile werden uns Spieler angeboten, die hätten früher noch nicht mal einen Hörer abgenommen, wenn man die Eintracht angerufen hätte. Ja, bald ist es wieder so weit, dass das Telefon länger klingelt. Ich möchte nochmal meine Aussage eben ergänzen. Ja, wenn man smart ist und einen Plan hat, dann ist es sicherlich auch möglich, im Winter vernünftige Transfers zu machen. Ich wollte nur dafür plädieren, die Erwartungshaltung jetzt nicht zu hoch zu hängen, weil erstens wenig Zeit und B, halt auch das Angebot auf dem Markt vielleicht nicht ganz so groß wie in einem Sommertransfer, aber wir müssen definitiv da jetzt irgendwie ran, weil wo wir am Anfang vielleicht gesagt haben, so das Thema Abstieg ist so kleiner 1% von der Wahrscheinlichkeit, sind da jetzt ein paar Prozent dazugekommen. Also ich halte es immer noch nicht für das realistischste und wahrscheinlichste Szenario, aber allein durch die Platzierung und die Spiele in dieser Woche sind da einige Prozente draufgekommen. Ja, und das ist ja auch vollkommen in Ordnung, dass wir zumindest darüber sprechen, weil sobald du die Gefahr realisierst, ist es schon gut, weil du dann versuchst damit umzugehen beziehungsweise gegen sie ansteuerst und das muss man auf jeden Fall tun und zwar doch von Anfang an allen klar, dass es natürlich jetzt nicht so eine Saison gibt, wo du wieder auf Platz 6 vielleicht landen kannst und so weiter und so fort. Es war doch klar, dass es eine ruckligere Saison werden kann. Überhaupt kein Problem. Ich glaube da, das kann passieren, aber mir geht es halt darum, nicht um diese unglücklichen Ergebnisse. Das hat keiner erwartet, oder? Ja, aber genau, natürlich hat das keiner erwartet, aber trotzdem ist es halt auch nochmal eine Frage, wie das Ganze zustande kommt. Und ich kann nicht damit arbeiten, zu sehen, dass ich hier ein nicht aufbäumender Mannschaft gegen Köln, gegen Gemaraes zu Hause und ganz dramatisch auch gegen Paderborn, das waren so die Genickbruch-Elemente, wo ich sagen muss, das geht einfach nicht, da muss ich mehr Kampf sehen. Und wenn es dann trotzdem in die Binsen geht, weil irgendwas scheiße gelaufen ist, der Ball komisch reingeflattet ist, dann rede ich da nicht drüber, dann bin ich trotzdem sauer und bin trotzdem fairgärt, aber ich sehe, dass die Mannschaft an das Leistungslimit gegangen ist. Aber das war nicht so, weil es aus verschiedenen Situationen gerade einfach nicht gepasst hat. Und wir müssen wieder dahin kommen, dass wir sowas erzwingen. Wir müssen noch mehr erzwingen. Das ist ein richtig krasser Weg. Erinnern wir uns, Leute, wir sind seit zehn Jahren hier bei diesem Podcast jetzt dabei. Wir arbeiten seit langer Zeit genau mit solchen Ergebnissen, wo es mal schlechter, mal besser läuft. Auch in dieser Situation, in der wir um den Relegationsplatz gespielt haben, mit der Hoffnung, dass wir auf den Relegationsplatz kommen unter Kovac, dann musste gewisse Dinge erzwungen werden. Niemand wird davon sprechen, dass der Heimsieg gegen Mainz damals ein Spiel war, was du aus spielerischen Mitteln gewonnen hast. Nein, das hast du gewonnen, weil du es mehr wolltest, weil du geiler drauf warst. Genauso diese beiden erbärmlichen Spiele gegen Nürnberg. Die hast du auch nicht gewonnen, beziehungsweise das letzte Spiel, das erste Spiel war ein Unschied, aber das letzte Spiel hast du auch nicht gewonnen, weil du die spielerisch wunderbar bessere Mannschaft warst. Das war Not gegen Elend, ja, und da konnten wir froh sein, dass wir Zerferovic und damals auch schon Gajinovic hatten, die aber gleichzeitig, dadurch, weil wir mehr Kampf an den Tag gelegt haben, weil wir dieses paar Prozent mehr hatten, dass sich da die Qualität durchgesetzt hat. Und dahin müssen wir wieder kommen. Du hattest diese jetzt erst recht Momente, so nach dem Motto, nee, wir sind dagegen, wir wollen das, und jetzt hast du eher so diese, ja gut, dann halt doch Momente, wo du sagst, dann lassen wir halt die anderen irgendwie gewinnen oder ja, mach du mal, ich habe keine Bock Momente. Diese Nullbockigkeit, das darf halt nicht mehr sein und das sehe ich leider auch zu oft. Eine Sache habe ich noch, weil René hatte vorhin gesagt, die Zeit ist jetzt ein bisschen kurz für einen gescheiten Transfer. Ich hoffe ja, dass die Verantwortlichen, insbesondere das System mit, du hast das doch seit wirklich etlichen Wochen gesehen, dass nur alles über Kostic, alles nur über die Linke, Seite, alles nur versucht, im Endeffekt da irgendwelche Bälle reinzuchippen und so weiter. Also da muss doch normalerweise jeder normale Mensch schon ordentliche Vorarbeiten geleistet haben, um jetzt hoffentlich einfach nur noch, ja, das zu finalisieren, ein paar Abschlüsse zu machen, dass man sagt, wunderbar, wir brauchen doch noch mal einen auf dieser typischen Garcinovic-Kamada-Position. Wir brauchen vielleicht doch noch mal jemanden, der Da Costa tatsächlich mal ersetzt und nicht, wo du sagst, oh Gott, ob du da einen Durm, einen Da Costa oder einen Schändler hinstellst, ist es einfach nur alles fürchterlich. Wir spielen eh nur über links, also spielt es überhaupt keine Rolle. Das hoffe ich, dass das schon vor Wochen erkannt wurde und die ganzen Wege eingeleitet wurden, weil ansonsten muss ich auch wirklich sagen, dass, dann muss ich Hütter, finde ich, hinterfragen und auch das Team hinter Hütter, denn das ist ja mit Ansage gewesen, dass hier ein Problem da ist und ihr habt es ja auch schon gesagt, diese ganze, der ganze Mist mit nur über Kostic und nur, 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 nur und das funktioniert nicht und der Rest der Mannschaft hat auch nicht die Qualität irgendwie, um das an sich zu reißen, da muss doch ein Wechsel hoffentlich ganz oben auf der Prioritätenliste stehen oder wie seht ihr das? Ja, mit Sicherheit, also Transferfenster geht ja bis zum 31.1., von daher, den Monat hast du natürlich genauso lang Zeit, aber die Saison, die Rückrunde startet ja Mitte Januar und eigentlich willst du ja, oder würdest du ja wollen, wenn du am 2. in das Trainingslager startest, dass spätestens am 3. Mit Vorbereitung. die Verpflichtung mit dabei ist, damit er sich auch mit der Mannschaft da irgendwie vorbereiten kann, weil ab dem 15.16. ohne Vorbereitung, also der muss schon extrem gut sein, wer auch immer da kommt, damit das dann funktioniert. Ja, also ganz ehrlich, du hast gar keine Zeit. Ich bin, ganz ehrlich, ich setze auch voraus und da bin ich eiskalt, aber ich finde, es ist ganz, ganz essentiell, dass die Leute morgen schön Weihnachten feiern und damit meine ich Bobic, damit meine ich Hübner und damit meine ich vielleicht auch den einen oder anderen wie Ben Manga, dass sie morgen schön Weihnachten feiern, haben das beste, das beste Fest ihres Lebens, aber danach, am 25. will ich auf jeden Fall, dass das potenzielle das Telefon wieder klingeln kann und ich will, dass die genau wissen, was sie jetzt zu tun haben und die müssen jetzt noch nicht wissen, sie verpflichten, aber sie müssen einen konkreten Blick haben, was sie jetzt tun müssen, denn ganz ehrlich, je früher desto besser, du kannst nicht in die USA erst fahren mit einem neuen und überlegst dann, oder beziehungsweise ohne neuen und überlegst dann in den USA, wen du jetzt holst, das muss davor feststehen, das muss jetzt ratzfatz gehen. Ja, das definitiv, und da wäre ich auch tendenziell fast eher bei Dennis, dass du eigentlich jetzt schon eine Liste mit fünf Kandidaten da hast und die alle schon mal irgendwie angerufen hast und schon einen Schritt weiter bist, weil ansonsten wird es glaube ich nicht. Oder im Sommer schon an jemandem dran war, was nicht geklappt hat. Sehr gut. Ich kann mir nicht vorstellen, ganz ehrlich mal, ich kann mir nicht vorstellen, dass das, was jetzt im Sommer rausgekommen ist, dass das auch deren Plan A war. Ich glaube nicht, wir haben ja auch schon viele Sachen gesagt, die nicht geklappt haben scheinbar, Max Kruse, bla bla bla. Ich verstehe halt, ich verstehe den Plan dahinter trotzdem nicht. Wenn du einem wie Max Kruse dran bist, was du auch selber zugegeben hast und wo es am Gehalt gescheitert ist, ist ja in Ordnung, kann ja sein, wenn er dann bei Fender Bar zu mehr kriegt, alles gut. Nur verstehe ich da nicht, dass du dann komplett diesen Spielertyp, den du scheinbar haben wolltest, dann einfach auch gar nicht holst. Ja, das ist richtig. Das ist ja nicht so, dass du denkst, ach, der Kruse klappt nicht. Das ist ja fast wie Bayern mit Coutinho. Ach, das ist ja, nee, das klappt nicht, dann holen wir den Coutinho. Du denkst, ja, klar könnt ihr machen, aber hängt gar nicht zusammen. Das ist ja das Gleiche. Ja, wobei es da noch ein bisschen besser funktioniert hat, als bei uns, aber gut. Na gut, Coutinho ist jetzt auch erst kürzlich aufgewacht. Der hat zwei gute Spiele gemacht, ne? Ja, also, nee, aber die Sache ist halt die, da muss ja trotzdem, oder, es gibt ja noch die Variante, jetzt sagen wir mal, im Sommer haben Bobic und Ben Manga gesagt, hier das und das könnte realisiert werden, wie seht ihr das? Ja. Und dann haben vielleicht Hübner und Hütter zusammen, haben sich vielleicht entschieden und haben gesagt, ja, nee, wir wollen, keine Ahnung, ich will So und Kor haben, ich will Schnelligkeit im Spiel haben und ja, bla, bla, Kämpfer, keine Ahnung, für sein System. Kann auch sein. Weil Kor ist ja eigentlich ein Balljäger, nur gibt es momentan nicht viel zu jagen, weil irgendwie nichts los ist. Die Sache ist, wenn das so ist, dann müssen Bobic und Ben Manga halt sagen, ja Leute, ihr habt euren Shot gehabt, das hat hier nicht funktioniert, was ihr da vorhattet, keine Ahnung, weil eigentlich ist es ja trotzdem gut, den Trainer zu fragen, hier, was willst du haben, bla, bla, da müssen die jetzt sagen, nee, hör mal zu, da sind noch zwei in der Pipeline aus dem Sommer, die holen wir jetzt mit Geld, was hoffentlich noch da ist, ich weiß es nicht ganz genau, kann ich gar nicht einschätzen und dann machen wir das jetzt und wie Marvin es heute schon bei Fußball zu Hause gesagt hat, nicht nur Zugänge, du kannst auch mal sagen, ey, das reicht jetzt so, du wechselst jetzt, also zu sagen, du machst dir den Kader kleiner im Sinne von, dass du halt nicht mehr 40 Leute da rumlaufen hast, sondern sagst, dich können wir nicht verwenden, dann ziehe ich lieber wieder ein paar junge Leute dann auf die Bank irgendwie, die dann in den Kader rutschen, dass du halt auch mal sagst, okay, irgendwie ist hier in der Planung der Wurm drin und wir müssen jetzt mal wirklich im Winter schon vorbereiten, auch im Hinblick auf Sommer, ich meine, klar reden wir jetzt über die Rückrunde, aber es geht ja auch um die Entwicklung allgemein, dass wenn du sagst, okay, der XY auch unangenehme Entscheidungen, das kann Bobic ja treffen, haben wir an vielen Stellen gesehen, zu sagen, ey, mit dir geht es ab Sommer nicht weiter, es tut mir leid, so, ihr habt es nicht geliefert und da zähle ich, auch wenn es unpopular Opinion ist, da zähle ich auch Leute wie Fernando, das dazu, zu sagen, okay, es reicht halt nicht mehr in der Bundesliga einen Mittelfeldspieler zu haben, der vielleicht für die Kabine gut ist, der vielleicht kämpferisch gut ist, der aber bei aller Liebe, der keinen Fußball spielen kann, so, und da hast du mit Dominik Korr genauso, da musst du vielleicht im Sommer sagen, da musst du vielleicht im Sommer sagen, es tut mir leid, Herr Korr, das war blöd von uns, wir haben nicht, aber müssen wir korrigieren und nicht an diesem Ohr, wir haben 9 Millionen bezahlt, müssen wir an dem festhalten, da muss knallhart analysiert werden auch, zu sagen, ey, und du musst in der Lage sein, damit auch eigene Fehler zuzugeben, genau, und wenn das so ist, und du hast das Gefühl, Silva ist irgendwie ein Partyboy, der ständig nach Mailand fliegt, und dann irgendwie, dann irgendwie auch in das Mannschaftsgefüge dadurch nicht reinkommt, und ständig nur, trotzdem coole Sachen bei Twitter und Instagram postet, auch Paciencia, ganz ehrlich, wenn ich den, ich kann das nicht mehr sehen, was der auf Social Media veranstaltet, das geht mir so auf die Eier, klar, wenn du gewinnst, poste ein Bild von dir, wie du in der Eckfahne jubelst, von mir aus, aber poste nicht in solchen Phasen, wie die wir jetzt haben, während er Teil des Problems ist, poste irgendwelche grinsenden Bilder und sonst irgendwas, das geht mir richtig auf die Eier, und wenn du dann zu der Dings kommst, okay, schön Wetter, kicker, bla bla bla, dann sind die halt wieder weg, dann sagst du, okay, bei Silva haben wir uns gehört, sorry, ist ja auch nicht schlimm, es ist doch hier niemand in Frankfurt, der sagt, boah, das ist aber, ihr habt einen Fehleinkauf gemacht, ihr Dreckschweine, ganz ehrlich, die Eintracht war jahrzehntelang der fleischgewordene Fehleinkauf, ganz ehrlich, da waren wir ja schon froh, wenn wir überhaupt einen Spieler hatten, der mal dann Stammspieler geworden ist, keine Ahnung, hier wurden Transfers wie Stefan Eigener gefeiert, weil der mal irgendwie nicht enttäuscht hat, so, das ist doch nicht schlimm, das sind wir ja hier gewohnt, aber dann korrigier es auch, und mach jetzt nicht, diese Eintracht darf nicht diese Wagenburg aufmachen, um zu denken, wir wehren alle Kritik ab, und vergessen dann dabei, dass vielleicht 40 Prozent dieser, Kritik vielleicht sogar berechtigt sind, das ist das große, die große Kunst jetzt, diesen Stolz, den man natürlich auch hat, und dieses, ich muss meine eigene Haut retten, und ich will auch, in der Öffentlichkeit nicht blöd dastehen, trotzdem zu sagen, okay, ich weiß auch, dass jetzt, wie gesagt, ich sag's mal, 60 Prozent der Kritik sind auch vielleicht völlig übertrieben, und unberechtigt, und erhitzt, da bin ich auch froh, dass die Verantwortlichen der Kühlenkopf bewahren, filtert die aber bitte die 40 Prozent raus, die vielleicht wirklich stimmen, und macht da was, und meiner Meinung nach, nochmal, auch wenn Bobic das anders sieht, im Winter musst du neue Impulse in diese scheinbar tote Mannschaft bringen. Ja, stimme ich vollkommen zu, stimme ich vollkommen zu, und ich finde es total auch sinnvoll, diesen Ansatz, den du gewählt hast, wo du einfach sagst, es geht hier, niemand wird zerfleischt, und niemand wird zerfleischt, und er sagt, ich glaube, die Dinge haben wir falsch bewertet, das kann ich ja so tun, damit ich nicht zu offensiv meinen Fehler eingestehe, gleichzeitig aber sage, wir müssen eine Kurskorrektur vornehmen, das ist menschlich, das gehört dazu, und es trägt eigentlich zu dem professionellen Bild eines Sportmanagers, eines, keine Ahnung, Verantwortlichen bei, wenn ich sage, ich habe da einen Fehler gemacht, wir müssen nachbessern, kein Drama, und dann holst du die Fans, und dann holst du alle Leute ab, und sagst, ach guck mal, die sehen auch, dass sie was falsch gemacht haben, jetzt sind sie aber am Versuchen, das Ding wieder gerade zu biegen, kein Drama, mach das doch mal, kommunizier doch mal so, und dann sind wir doch auch cool, niemand hat hier Lust, das ist es doch, wie jeder random Fuck-Verein, irgendwelche Trainer zu entlassen, das wollen wir gar nicht, wir wollen nur sehen, dass es eine Entwicklung gibt, und dass es vielleicht auch ein Eingeständnis gibt, ach, so gut lief halt manches einfach nicht. Ja, ja, das ist richtig. Das ist genau der Punkt, dass du das Gefühl haben willst, die raffen das, und die tun nicht so, als wenn du es als Fan übertreibst, wenn du es nicht akzeptieren willst, dass du vier Tore gegen Köln in der zweiten Halbzeit kassierst, und dass du vom Paderborn zur Halbzeit 200 zurückliegst, die an dem Tag auch nicht gut waren. Das ist ja nicht zu viel verlangt. Das will ich hören, und da will ich auch keine platten Phrasen hören, wie, ja, wir werden in der Rückrunde wieder angreifen, bla, bla, bla. Nee, da will ich hören, das ist falsch gelaufen, das wird korrigiert, ciao. So, das ist wie Marvin sagt, es ist doch hier niemand, der wirklich, wie, wie, keine Ahnung, wie diese, äh, Trüffelschweine bei Twitter, die nur nach Empörung suchen, so, willst du doch gar nicht, weil, du hast ja gar kein, du hast ja gar kein eigenes Interesse daran, dass sie einfach abkackt, sondern, du willst ja einfach nur wissen, okay, da wird irgendwie, das ist, dass nicht weiterhin auf den Abgrund zugejagt wird, ohne dass jemand reagiert, so ist es ja. Und die wollen dich nur beruhigen, so. Ja. Also, das ist so wie Hermes, die, die mal sagen, ja, morgen kriegen sie die E-Mail, morgen kriegen sie die E-Mail, dann sag mir doch, wann die Waschmaschine kommt, dann ist doch alles gut, so. Genau. Oder ich kann, oder ich kann meine Bestellung stornieren, im Zweifel, ja. Ja. Ja gut, so ihr Lieben, ich hau ab. Mal gucken, vielleicht kriegen wir noch eine Folge zwischen den Jahren, wie man so schön sagt, hin und dann reden wir vielleicht nochmal ein bisschen über Verpflichtungen oder auch nicht. Mega Alman-Spruch zwischen den Jahren, ja, auf jeden Fall, schauen wir, auf jeden Fall, ihr Lieben, macht's gut, schöne Weihnachten und bis zumal beim Podcasten jetzt. Ciao. Tschö. Ciao. Ja, brennen euch noch ganz wichtige Dinge auf der Seele für das Abschließen dieser, dieser Hinrunde vielleicht bei dir, Basti, da hast du ja ein Teil unserer Vordiskussionen nicht mitbekommen. Nee, also, wie gesagt, das Ding ist halt einfach nur, ich tue mich schwer, die Gründe klar zu benennen. Also, ich gab schon Zeiten in unserer Eintracht-Historie, wo man klarer war, was das Problem ist. Also, irgendwann war klar, dass es mit Bruchhaken nicht weitergeht. Irgendwann war klar, dass Armin Fee irgendwie das, also zum zweiten Mal hier war, nicht mehr der Arbeits, weiß ich nicht, der Fleißigste war, bla, bla, bla. Das waren alles. Das Problem ist, aktuell kann ich es gar nicht einschätzen, weil diese Phase, wo wir wirklich auch mit dem Fußball den Hütter hat spielen lassen, Europa verzaubert haben, die sind ja auch noch nicht so weit weg. Ist ja nicht so, dass wir, keine Ahnung, ja, dass wir einen Trainer hier haben, der vor 20 Jahren mal erfolgreich war und jetzt ist es halt vorbei. So, nee, das ist ja noch nicht lange her. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen, zumindest aus meiner Wahrnehmung heraus, part of the problem, dass natürlich dadurch jetzt auch die Erwartungshaltung so ein bisschen eine andere ist. Du hast gesehen, wie Hütter und die Mannschaft im letzten Jahr, ja, bei mir schon. Nein, aber das finde ich unfair, ehrlich gesagt, dass Fans immer wieder vorgeworfen wird, weil damit gehst du dieses gleiche, das gleiche Argument, was jeder x-beliebige Verein macht, wenn es bei ihm scheiße läuft, immer, ja, das Umfeld hat so hohe Erwartungen. Köln, Hannover, Stuttgart, ständig dilettieren da Leute rum und die wollen den Fans dann erzählen, ja, ihr seid schon, die habt so hohe Erwartungen. Das ist überhaupt nicht der Fall. Das sage ich doch gar nicht, aber meine, ganz persönlich, bei mir ist das so und das kannst du mir nicht absprechen, ich merke bei mir selbst, dass meine Erwartung an diese Mannschaft, an diesen Trainer eine andere ist, weil ich eben noch im Kopf habe, was im letzten Jahr, im Jahr davor passiert ist. Ist ja auch gut so, ist ja auch normal. Ich sage nicht, dass das bei anderen überall so ist, aber bei mir persönlich ist es so, dass ich eine etwas andere Erwartungshaltung habe. Dann geht es dir ja noch schlechter als allen anderen. Ja, das sage ich doch die ganze Zeit, verdammt. Ja gut, aber Basti, ich glaube, das ist ja häufig, dass das tatsächlich so ist, dass es viele Leute in der Erwartung angepasst haben. Leute, was zu tun wir denn jetzt hier? Leute, wir diskutieren noch nicht da, ich habe, wenn ich erwarte, als Eintracht Frankfurt Fan, dass die Mannschaft sich nicht so präsentiert wie gegen Köln und Paderborn, dann muss ich an keine Europapokalsaison denken, dann muss ich an überhaupt nichts denken, dann muss ich daran denken, dass es hier Leute gibt, die Geld bezahlen kriegen, damit die hier Fußball spielen. Daran muss ich denken. Das ist scheiße. Das erwarte ich selbst, wenn gar kein Trainer an der Seitenlinie steht. Das erwarte ich. Ist korrekt. Nicht scheiße auf Europapokal und so. Ganz ehrlich, es geht darum, dass die Verantwortlichen uns nicht erzählen wollen, ich habe viel zu hohe Erwartungen, ob die keine... Nein, wir haben Erwartungen, dass die Eintracht sich wehrt. Egal, Unwägbarkeiten und sonst irgendwas, dann kriegt die auch immer Applaus. Und nicht, dass die Eintracht eine Leistung zeigt, wie in Köln, wo die vier Gegentor in der zweiten Halbzeit kassiert, das ist mir kein Schwanz erklären kann. Und dann, wenn du dann diesen Raw hast, vor diesem Paderborn-Spiel, dann so da aus der Kabine zu kommen, dann frage ich mich aber, das hat mit Erwartungen gar nichts zu tun. Das ist eine Mindesterwartung, die habe ich an jede Mannschaft, die Profifußball spielt. Sorry, also... Bin ich voll bei euch. Auf jeden Fall eine Sache habe ich noch. Und zwar, ich habe jetzt von ganz vielen gehört, dass sehr viel Kovac eigentlich in dieser anfänglichen Mannschaft steckte. Auch die natürlich von Hütter noch übernommen wurde, diese, wir sind auf einer geilen Europa-Pokalwelle geritten und so weiter, wo sehr viele Leute sagen, das liegt aber dran, das war noch das Kovac-System, die alten Spieler, die haben sich dann, das hat alles erst ineinander gegriffen. Und wenn jetzt dann nüchtern Bilanz gezogen wird, jetzt versucht Hütter, hat ein paar Spieler geholt, die er geil findet, wie Soho etc., versucht die einzubinden. Das hat nichts mehr mit dem alten System zu tun und es funktioniert nicht. Wie steht ihr denn zu der Aussage? Das finde ich komplett schwachsinnig, muss ich sagen. Zum Leid. Weil, wie oft haben wir es gehört, dass Leute froh waren, dass Kovac nicht mehr da ist, weil der jetzt nicht unbedingt den allerbesten Fußball hat spielen lassen. Übrigens auch in München nicht. Also, man kann sich das so drehen, wie man das will. Aber mit diesem Pressing ist ja schon ein System, weißt du, auch der Marvin sagt es ja auch, typisch Kovac, Pressing, aggressiv erste Reihe? Nee, das ist Hütter, das ist diese Red Bull Salzburg Schule, wo Hütter herkommt. Das ist dieses typische, Ralf Rangnick hat es nach Österreich gebracht, anlaufen, bla bla bla, Pressing, das hat er vorher gesagt, das hat er auch in Bern gemacht und als er in Bern war, hat er mit Sicherheit nicht geguckt, was Kovac macht. Also Kovac ist trotzdem einer, der sehr, sehr defensiv hat spielen lassen, sehr, sehr viel mit Mentalität und ganz ehrlich, Leute, wir waren teilweise froh, dass Kovac dann, also am Anfang war mir natürlich so, aber ich war zumindest teilweise froh, weil wir dann diese Spiele drin hatten, dass wir mal 7-1 gegen Düsseldorf gewinnen oder so, das hätten wir unter Kovac, glaube ich, nicht gehabt. Nee, Kovac hat viel definitiver spielen lassen. Ich glaube, das sind aber dann auch so, so zwei Sachen, die sich halt auch sehr gut, die sehr gut zusammenpassen. Du hattest diese Mentalität, die von dem Kovac aufgebaut worden ist, wo natürlich das System von einem Hütter davon profitiert, wenn die Mentalität schon auf so einem hohen Level ist, dann hinzugehen und zu sagen, von wegen so und jetzt aber alle Mann nach vorne. Plus den Fakt, dass du vorher eher diese defensiv ausgerichtete Spielweise hattest, wo du vielleicht aber auch als Spieler, auch Theorie, keine Fakten, das Gefühl hast, aber eigentlich könnten wir auch mehr in der Offensive und dann hast du danach einen Trainer, der sagt von wegen, hier anderes System, vorne früh drauf, viele Tore, offensiver spielen, dann kommst du natürlich aus einer ganz anderen Entwicklung heraus und gehst in eine andere Entwicklung rein. Guter Punkt. Das funktioniert ganz gut, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass dieses System oder diese Art und Weise, wie Hütter am Anfang gespielt hat, noch Auswirkungen aus dem Kovac-System waren. Das hat sehr gut zu dem Zeitpunkt zusammengepasst, aber das war jetzt nichts, was nur dadurch entstanden ist. Okay. Meine Meinung. Denke ich auch, aber ich finde, was Dennis sagt, beziehungsweise diese These, kann man vielleicht tatsächlich, ich würde die nicht aufs Spielsystem übertragen, sondern aber trotzdem auf den ganzen Spirit, den die Eintracht umgeben hat. Also das hat Kobach schon hier gemacht. Der kam hierher und hat gesagt, ganz ehrlich, guckt euch mal eure versifften Kabinen an, die müssen geändert werden. Also der, als der hierher kam, hat der schon gesagt, Leute, so kann man hier nicht arbeiten. Und der hat gesagt, der kam hierher und hat gesagt, ey, wir müssen vielleicht erst überhaupt erstmal anfangen zu arbeiten. Also Hütter hat sich in dieser Weise schon, hat er von Kobach profitiert, dass der überhaupt diese Stadt hier angezündet hat. Also mit diesem, man ist dieses Fluch losgeworden, mit diesem Pokalsieg haben wir alle schon besprochen. Da hat Hütter schon von Profit, ich finde trotzdem, dass er das weiterentwickelt hat, muss ich sagen. Ja, finde ich auch. Weil diese rauschenden Europapokal-Nächte hätte ich jetzt nicht mit Kobach Fußball gesehen. Die Frage ist halt tatsächlich trotzdem, inwieweit kann, und das ist halt, und ganz ehrlich, diese vielleicht sogar unfairen Gedanken, die kommen mir jetzt nur, weil Hütter gerade keinen Erfolg hat. Zu denken, kann das vielleicht sein, dass er einfach zur richtigen Zeit am richtigen Ort war, dass da eine Mannschaft war, dass da drei Stürmer waren, die genau auf dem richtigen Schritt der Entwicklung waren, die hat er ja nicht vorangetrieben, sondern die waren ja alle vorher schon da. Die hat ja Kovac angefangen zu entwickeln. War er vielleicht einfach genau im richtigen Moment da, wo diese Mannschaft ihren Peak hat, und so Bock hat, durch Europa zu stürmen. Und er hat einfach das nur verwaltet, so wie Fee das auch gut macht. Wenn es läuft, dann läuft es, und wenn nicht, dann nicht. Nein, glaube ich nicht. Das weiß ich nicht. Es kann sein, dass es unfair ist. Ich bin mir nicht sicher. Die Sache ist die, wir müssen, wenn wir das wissen wollen, eine Hütter die Zeit lassen, das zu beweisen, ob es so ist oder nicht. Weil ganz ehrlich, bei allem Respekt vor Niko Kovac, also Hütter hat trotzdem auch, meiner Meinung nach, einen besseren Fußballer spielen lassen, hat noch krasser begeistert, was teilweise Spiele betrifft, und ganz ehrlich, der ist trotzdem in der Schweiz Meister geworden mit einem Verein, der das irgendwie ein paar und 30 Jahre auch nicht geschafft hat. Also, es ist nicht so, dass ich denke, okay, das ist jetzt ein absoluter Bratwurst-Trainer wie Dirk Schuster. Nee, der bin nicht weit von entfernt. Ich bin nur gespannt, was jetzt passiert. Also, ich bin gespannt, wie er reagiert, ob er die Ärmel hochkrempeln kann, weil er auch selber sagt, das ist für ihn eine neue Situation. Und welche Lösungen werden uns jetzt präsentiert und wollen die überhaupt Lösungen finden? Da bin ich sehr, sehr gespannt. Wie krass fallen diese Lösungen auch aus? Genau. Also, das finde ich auch, insbesondere dieses, wenn jetzt mal ein bisschen System oder dann wird mal jemand eingewechselt, der vorher eben nicht so denkt, das ist nicht für mich das, was ich hier sehen will, sondern ich will wirklich, und da habt ihr auch schon drüber gesprochen vorhin, ich will krasse Situationen, denn das System, so wie es ist, das funktioniert dann vielleicht wieder ein, zwei Spiele, wenn dann mal ein kleiner Spielerwechsel ist oder der eine spielt ein bisschen offensiv, der andere ein bisschen defensiver. Das ist zwar ganz schön, das kann auch so gemacht werden, das erwarte ich auch, dass das natürlich passiert ist. Das hätte ich eigentlich jetzt die letzten Spiele erwartet, aber genau diese krassen Einschnitte jetzt zu sagen, du gefällst mir seit ein oder zwei Jahren eigentlich hier auf der Position schon nicht mehr oder bist die ganze Zeit schon nur noch mitgeschliffen worden, weil eben verschiedene Punkte zwar für dich gesprochen haben, aber tut mir leid, bist nicht mehr zu gebrauchen, wir müssen jemanden neuen holen und dann natürlich auch an der Stelle reagiert wird. Das hoffe ich, dass wir tatsächlich da auch was erkennen, aber lassen wir uns überraschen. Ich würde sagen, wir haken diese Hinrunde jetzt erst mal ab, genießen das Weihnachtsfest und gucken dann, wie es mit der Vorbereitung wieder weitergeht, bevor wir über diese aktuelle Saison weitersprechen, oder? Ja, würde ich. Im Endeffekt schlafen wir da halt auch nur im Dunkeln, weil wir können den Verantwortlichen ja jetzt noch nicht vorwerfen, mit dem Winter nichts gemacht zu haben, wenn der Winter nicht angefangen hat. Das ist richtig, dann warten wir eine Woche und werfen es ihnen dann vor. Die Interviews führen aber dazu, dass wir am liebsten hingehen würden, es wird so einen Schwitzkasten nehmen, wird sagen, bitte, was erzählt ihr hier? Natürlich willst du nicht die Preise jetzt hier in die Höhe jagen, mit irgendwelchen komischen Aussagen in Interviews, aber es macht natürlich jedem Magenschmerzen. Also wenn das, ach, es ist grauenvoll. Also ich würde tatsächlich abwarten, also wie gesagt, die Worte sind da nicht so wichtig wie die Taten. Ganz ehrlich, die Eintracht kann auf jeden Fall jetzt nicht so tun, also wäre alles in Ordnung. Und ganz ehrlich, und ich will es auch nicht mehr hören, abschließend nochmal, ich will es auch nicht mehr hören, ja wir haben uns jetzt in dem Winter gerettet, es waren so viele Spiele, nein, darum geht es nicht, Leute. Es geht nicht darum, dass die Eintracht müde war und deswegen verloren hat, sondern da sind viele merkwürdige Sachen passiert. Die Marei, darf man da auch nicht vergessen, sich da so hängen zu lassen, dann ging Köln und so weiter und so weiter. Das hat nichts damit zu tun, dass du, weiß ich nicht, mental und kraftlos am Ende, das lasse ich einfach nicht gelten. Fertig, ganz ehrlich, das lasse ich nicht gelten, weil das hätte vielleicht tatsächlich dazu geführt, dass du das eine oder andere Spiel kraftmäßig verlierst, so wie, keine Ahnung, so wie auf Schalke. Da warst du nicht gut, da warst du sehr harmlos, aber du hast dich nicht komplett wegschroten lassen. Du hast in Freiburg genau einmal weniger hast du auch dagegen gehalten. Das hat aber jetzt irgendwann komplett aufgehört und das ist eine Entwicklung, die will ich nicht haben. Ich bin gerne bereit zu akzeptieren, ja wir mussten diese elende Quali spielen, die sie sich übrigens selber auch eingebrockt haben. Also die beschweren sich ständig über diese Quali und dann denke ich mir, Leute, ihr hättet fast die Champions League kommen können, wenn ihr euch nicht 6-1 von Leverkusen abschlachten lasst, nicht zu Hause gegen Mainz nicht gewinnt, zu Hause gegen Hertha verliert und so weiter und so weiter. Also Leute, die tun manchmal so, als hätten irgendwelche anderen Leute ihnen die Quali aufgezwängt. Ist halt so, wie gesagt, wir haben ja auch vor der Saison gesagt, Leute, wenn wir dann irgendwie 9er, 10er werden, ist alles gut, wir wollen nur eine Entwicklung sehen und die sehen wir gerade nicht, sondern wir haben sehr, sehr, sehr viele Baustellen, mehr als nötig, meiner Meinung nach, gucken wir ab im Winter in dieser kurzen Zeit, René hat es ja schon gesagt, so lange ist es auch nicht, ob da überhaupt was gestoppt werden kann und dann werden wir es beobachten, Leute, wir werden aber ziemlich früh im nächsten Jahr schon wissen, wohin die Reise geht, weil Europa-Pokal, DFB-Pokal und die ersten vier Spiele haben es auch in sich, also von daher, bleibt spannend, bin aber jetzt auch froh. Ja, die ersten zwei, drei Wochen werden halt echt knackig. Ja, und da will ich, dass die Mannschaft darauf vorbereitet ist und nicht sagt, wir kämpfen uns jetzt in die Rückrunde ran, nein, kämpfst du fort, Alter. Genau. Schon in Hoffenheim, Pam. Pam. Gut, dann machen wir da den Sack für das Thema zu und müssen dann jetzt noch reden über ehemalige Spieler die Saison von vor 20 Jahren und vielleicht haben wir auch noch eine kleine Empfehlung für Weihnachten. Machen wir mal weiter mit Was macht eigentlich? Du musst erstmal die Zeitleitung einschalten. Was macht eigentlich? Ja, Was macht eigentlich? Was macht eigentlich? Was macht eigentlich? Die Anzeige zeigt dir, wohin du fährst, die Anzeige, wo du bist und die hier, wo du warst. Was macht eigentlich der? Du weißt schon, wen ich meine. Mir fällt einfach gerade sein Name nicht mehr ein. Tadah. So, ich habe diese Woche einen Spieler rausgesucht und bevor ich jetzt was zum Spieler sage, sage ich euch erstmal, wie ich darauf gekommen bin. Ich habe nämlich von den Kollegen beim Wichteln auf unserer Weihnachtsfeier alte Autogrammkarten von der Eintracht geschenkt bekommen und habe mir da jetzt was rausgesucht und wir machen jetzt hier einen kleinen Schnelldurchgang, weil Basti muss gleich wieder zu seiner Waschmaschine. Der Spieler, den ich rausgesucht habe, ist geboren am 18. Februar 1961 in Remscheid. 61. 61. Er kam vom VfL Bochum und stand 1987 sogar in der Deutschland-Olympia-Auswahl und hat für die Eintracht 50 Spiele gemacht und 10 Tore von 87 bis 89. 87 bis 89, das ist ja, da war ich noch. Kam von Bochum. Kam von Bochum. Ich weiß, es ist ein bisschen fies, weil es ein alter, recht alte Zeit ist. Puh, nee, keine Ahnung, wer hat denn da zu der Zeit noch gespielt? Das ist alles, ist das sogar noch Binz und Korrekt, Binz hat gespielt, das ist er aber nicht und Kerbel hat zur selben Zeit gespielt, die wären aber zu einfach gewesen, deswegen habe ich einen anderen rausgesucht. Oh Gott, nee, keine Ahnung, also bin ich raus. Gibt es noch ein paar Hinweise vielleicht von Anwalt? Das wäre nicht schlecht. 1991 wurde sein Tor zum Tor des Monats gewählt, damals hat er für Leverkusen allerdings gespielt und hat gegen Gladbach ein Volley-Tor zum 5-2-Auswärts-Sieg reingemacht. Danke René, das ist der Hinweis, auf den ich jetzt noch gewandelt habe. Ja, da hätte man vielleicht das noch in Erinnerung haben. Keine Ahnung, also er ist Stürmer, ja? Mittelfeld. Offensives Mittelfeld. Ich löse auf. Frank Schulz kam von Bochum 87, spielte zwei Jahre für die Eintracht, ist dann gegangen zu Osnabrück, dann zu Gladbach und dann zu Aachen, hat 1995 seine Karriere beendet und hat dann weitergemacht als Trainer und ist aktuell Cheftrainer beim SVG-Scher in der Oberliga. Da hast du zum Jahresende nochmal schön einen rausgeholt. Schön einen rausgeholt. Schön einen rausholen ist jetzt mein Stichwort, liebe Freunde. Ich hoffe sehr, dass ich später irgendwelche saubere Wäsche aus meiner Waschmaschine rausnehmen kann, liebe Freunde. Ich werde bei 93 berichten. Vielen, vielen Dank. Wir hören uns ja vielleicht dieses Jahr nochmal, oder? Wir versuchen noch eine Folge irgendwie hinzukriegen. Frohe Weihnachten wünsche ich euch beiden auf. Schöne Feiertage. Schöne Feiertage, mein Lieber. Wir hören und lesen uns. Gleichfalls. Mach's gut. Tschüss. Ciao. Okay, aber er kam von Bochum und war natürlich auch maßgeblich mit dran beteiligt an der Pokalsaison 88. Wir erinnern uns ja vielleicht noch. Wo wir ja im Finale gegen eben jeden Verein, nämlich den VfL Bochum gespielt und 1-0 gewonnen haben. Und Schulz war maßgeblich zwar nicht an diesem Sieg beteiligt, weil er da kein Tor gemacht hat, aber in den anderen Pokalrunden, wo er immer mal wieder getroffen hat und ihn eben dafür gesorgt hat, dass wir eben zum Beispiel in der ersten Runde gegen Schalke weiterkamen, weil er da zwei Tore geschossen hat, im Halbfinale gegen Bremen ganz kurz vor Schluss das wichtige 0-1 gemacht hat. Also schon maßgeblich mit daran beteiligt und gehörte dann zu dieser Pokalsieger-Mannschaft. Die Autogrammkarten von Körbel und Binz hatte ich auch in der Hand, aber das war mir Ja, die liegen natürlich nahe in der Zeit. okay, sehr gut, sehr gut. Ich gucke mal, jetzt macht der was nochmal? Der ist seit 95 Trainer, der war erst Trainer in der Jugend bei Gladbach, war dann ein Jahr auch bei Eintracht Amateur-Trainer, war dann Trainer bei Regionalligisten, Oberligisten, Mannschaften und ist jetzt Trainer beim SV Gescher, bei der Herren-Mannschaft, die aktuell in der was ist das, Oberliga Bezirksliga Staffel 11, Entschuldigung, auf Platz 8 steht. Also wesentlich weniger mit Abstieg zu tun hat als die Eintracht aktuell. Wenn es mehr als 8 Mannschaften gibt auf jeden Fall. Es gibt 18 Mannschaften. Tabellenerster ist der Tuss Haltern und Tabellenletzter ist der VfB Altstetten. Wunderbar, das ist doch eine Riesenkarriere, die er doch noch gemacht hat. Ja. Ich guck mal, ich mach euch mal ein Foto von der Autogrammkarte und häng das mal hier als Kapitelbild mit rein. Oh, das ist, das ist, dann könnt ihr da mal reingucken. Der Herr hatte nämlich damals wie fast alle eine wunderbare Riese und so einen, genau, so einen wunderbaren Oberlippenschneuzer. Hervorragend. Sieht ganz hervorragend aus. Genau, also das mein Spieler Frank Schulz. Ich muss aber sagen, es war nicht unbedingt die einfachste Wahl. Ja, ist richtig. Ist richtig. Ich hatte euch was voraus. So, und dann gucken wir mal noch, auch wenn die anderen jetzt nicht da sind, mal auf die Saison von vor 20 Jahren. Wir sind auch da mittlerweile beim 17. Spieltag angelangt, müssen aber der Vollständigkeit halber, weil wir das in den letzten zwei Folgen nicht gemacht haben, mal noch über 15 und 16 kurz sprechen. Also, am 15. Spieltag haben wir am Sonntag gespielt auswärts gegen Wolfsburg und dort 0-1 oder 1-0 verloren. Und am 16. Spieltag ging es am Mittwoch auch dort englische Woche als Schlussspiel des Spieltags gegen Bayern 04 Leverkusen ran. Zuhause, was wir 1-2 grandioserweise verloren haben. Wow. Die Tore schosten Fjörtov das 1-0 in der 20. Minute, beinlich das 1-1 in der 49. und dann noch mal beinlich in der 87. mit einem Kopfballtor. So, und dann sprechen wir jetzt über den 17. Spieltag. Und so wie ich dich kenne, Dennis, hast du den Spieltag bereits vor? Und ich brauche dich nicht zu fragen, gegen wen wir gespielt haben und wie das Ergebnis war. Das weißt du wahrscheinlich. Tatsächlich, ja. Und zwar haben wir gegen Ulm gespielt und das war zu dem Zeitpunkt, die waren, glaube ich, 15. oder 16. Ich weiß gar nicht. Was waren sie denn vor dem Spieltag? Lass mich kurz schauen. Ah, waren immerhin 15. Genau. Und waren auch am Ende des Spieltags 15. und der einzige Unterschied ist, nee, der Unterschied ist genau der gleiche. Wir waren 17. und waren danach auch 17. Wir haben nämlich 3-0 gegen Ulm verloren, weil wir auch da nicht richtig ins Spiel gekommen sind. Es war auch dort zur damaligen Zeit die 6. Niederlage in Folge. Jetzt waren es ja 7 Spiele nicht gewonnen und wir mussten sogar ab der 84. Minute zu 10. spielen, weil ich weiß nicht mehr genau, wer verletzt raus musste. Ich glaube, Basiewski war es. Und deswegen dann auch noch ein Mann weniger auf dem Spielfeld und wir hatten auch zusätzlich noch so ein bisschen, auch das kennen wir aus der jetzt laufenden Saison, der Schiedsrichter war so ein bisschen sehr kleinlich und hat so ein bisschen viel mit Karten um sich geworfen und war leider tendenziell in seinen Entscheidungen eher auf der Ulmer Seite. weswegen nicht allein, aber wahrscheinlich auch mit dem Thema, die Eintracht auch dort an diesem Spieltag nicht siegreich war. Gott, das sehe ich ja jetzt, dass Martin Andermatt war der Trainer von Ulm zu der Zeit. Ach du Schande. Siehst du, soweit war ich jetzt noch gar nicht. Korrekt. Ja, ja. Verrückt. Nein, aber unsere Ausstellung war mal wieder nicht erfolgreich, liest sich aber eigentlich gar nicht so schlecht. liest sich eigentlich ganz gut. Nikolov im Tor, Kracht Jansen Schur in der Abwehr da vor Rasiewski, Gebhard Zampach auf den Außen, Sobocic ein bisschen so eher so als Achter bis Zehner und dann vorne Fjörtov, Zalou und Guermian. Also eigentlich würde man sagen, vom Papier her, hätte man da mehr draus machen können. Definitiv keine Mannschaft, mit der du kein Tor schießt und drei Stück kassierst, weil auf der Seite von Ulm hatten wir Lauchs im Tor, Burdock, Rui Marquez, Stadler, Radocchi in der Abwehr, Otto, Meier, Gora und Unsylt im Mittelfeld und vorne Van der Haar und Leandro. Das ist doch was, an die man sich heute noch erinnert, an diese Truppe, ja. Die einen sagen so, die anderen sagen so. Nein, es ist wirklich, es ist ja erschreckend, dass die Eintracht es überhaupt nicht auf die Reihe bekommen hat, auch da, aus der Qualität, die ja im Kader trotzdem vorhanden war, Punkte zu machen. Wenn du schaust, elf Punkte, minus zehn von der Tordifferenz, das ist halt schon ein paar. Das war im 17. Spieltag, üble Nummer. Nur schlechter war Bielefeld. Ja, aber auch nur schlechter wegen Torverhältnissen mit minus 18, aber auch gleichermaßen elf Punkte vor uns Duisburg mit 13 Punkten und dann Ulm erst dann nicht Abflieger schon 19, da wird es schon bis zu acht Punkte hinter dem Nicht-Abstiegsplatz und über vordere Ränge brauchen wir gar nicht zu reden. Damals die Bayern-Herbstmeister, nicht andere Vereine wie heute, gefolgt von Leverkusen, HSV und 1860 Dortmund damals auf Platz fünf mit 28 Punkten. Ja, naja, der HSV mit einem schönen 6-1 noch an dem Spieltag war das Interessanteste. Die zur Halbzeit schon übrigens 5-1 führt. Also ganz andere Welt. Verrückt, also schade, schade, dass die Eintrachter überhaupt keinen Zugriff mehr bekommen hat. Mal schauen, ob Jörg Berger da noch was eingefallen ist. Wen hat man denn noch auf der Bank gehabt? Wen hätten wir denn noch bringen können? Oder haben wir reagiert? Sicherlich. Wir haben reagiert, wir haben gewechselt. In der 46. ging Salou runter und Jank kam dann in der 57. Zampach raus und Dombi rein und in der 61. Fjordhoff raus und dafür Westerthaler rein. Weiß jetzt nicht, ob das jetzt so die besten Wechsel waren, aber ansonsten hattest du da auch nicht viel Auswach. Neben Schmidt, der noch auf der Bank saß, hattest du noch Uwe Schneider, Falk und Zinno. Also da hättest du jetzt wahrscheinlich auch nicht viel anders da irgendwie wechseln können. Nee, das ist schwierig. Und wie gesagt, dann halt zusätzlich auch noch, du hattest alle drei Wechsel ausgefüllt und dann hast du dann auch eine Verletzung und musst dann auch noch irgendwie die letzten paar Minuten dann auch noch zur Zehnter runter machen. Ja, das ist nicht leichter. Dann wird es definitiv nicht leichter. Wobei Tore sind dann auch keine mehr gefallen, aber du kannst natürlich dann auch nicht mehr aufholen. Also alles in allem auch damals eine eher unzufriedenstellende Situation in der Liga. Na, da war auch die Winterpause dringend notwendig. Genau, die hat dann auch Mitte Dezember schon angefangen. Letzter Spieltag war nämlich am 17., habe ich das gerade richtig gesehen, am 19.12., also ein bisschen früher als dieses Jahr und dann ging die Bundesliga erst wieder los am 4.2., also auch da zwei Wochen mehr Pause und wir dürfen dann am ersten Spieltag der Rückrunde ran gegen die Spielvereinigung Unterhaching, das schon mal so als Teaser. Auswärts, ne? Also wir spielen auswärts. Wir spielen dann auswärts bei der Spielvereinigung Unterhaching. Also ich vermute mal, ich will ja, wir wollen ja nicht zu viel spoilern, aber ich glaube, im Winter ist etwas passiert auf jeden Fall. das ist korrekt, das werden wir sehr intensiv in einer der nächsten Folgen dann aufarbeiten. Wer den Spieltag in Gänze noch mal nachlesen will und vielleicht auch schon mal so ein bisschen nach vorne blättern will, der kann das tun. Ich verlinke natürlich wie immer den Spieltag, aber dann nicht an die anderen verraten. Ja, und dann schauen wir mal, was haben wir denn noch? Hast du noch eine Empfehlung, lieber Dennis? Ähm, ich empfehle nur... Noch nicht empfehlen, weil sonst musst du ja erst den Jingle spielen, wenn du einen hättest. Das ist aber keine, 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 keine große Empfehlung. Also ich glaube, wir brauchen keinen Jingle oder wir können uns auch gerne den Jingle noch mal zu einem Jahresabschluss an. Dann hören wir uns zum Jahresabschluss noch den Jingle an. So, da kommt er. Und jetzt kommen die Empfehlungen von und mit René, Basti, Marvin und Dennis. Da hattest du völlig recht, da hätte ich jetzt nicht drauf verzichten wollen. Ach, wie schön. Ah. Nein, also es passt auch gut zu meiner Empfehlung, denn genießt die Zeit, schaltet mal alle ab, macht eure Computer, E-Mail, Postfächer, stellt endlich, ja, wie sagt man so schön, Abwesenheitsnachrichten an. Ich bin heute überrascht gewesen, wie viele Leute einem doch geschäftlich noch geantwortet haben und heute nochmal Vollgas gegeben haben. Entspannt euch, genießt die Zeit, auch wenn es momentan mit der Eintracht nicht so läuft, im nächsten Jahr kann alles besser werden und ihr wisst ja, was ihr euch für morgen wünschen dürft, nämlich bessere Zeit mit eurem Lieblingsverein und eurem tollen Podcast natürlich, der auch weiterhin in 2020 für euch gern da ist wieder. Das hast du gespoilert, das hast du ja gesagt, als wir nächstes Jahr weitermachen. Na ja, na ja, also ich sag mal, ah stimmt, wir wollten ja zwischen den Jahren nur eine Sendung. Ich dachte, das wurde vorhin schon gespoilert, aber gut. wir machen zwischen, also wir versuchen nächste Woche nochmal eine Folge aufzunehmen, dann können wir vielleicht nochmal mit ein bisschen Abstand drauf gucken, vielleicht gibt es auch noch das eine oder andere. Vielleicht habt ihr aber auch Fragen an uns, liebe Hörerinnen und Hörer, was ihr von uns noch wissen wollt, dann schickt es uns doch am liebsten per Twitter oder schreibt es in die Kommentare hier direkt auf unserer Seite und dann haben wir vielleicht noch ein bisschen Zeit, nochmal ein paar Fragen zu beantworten. Ich werde dann auch ganz offiziell nächste Woche, wenn wir, wenn das mit dem Aufnahmetermin so klappt, mich dann nochmal bei allen bedanken, die uns in diesem Jahr unterstützt haben, dann auch mit Namen. Ich möchte aber schon mal jetzt diese Stelle vor Weihnachten nutzen, um Danke zu sagen für alle die, die uns finanziell mit Feedback, mit Kommentaren in diesem Jahr unterstützt haben und so die ganz lange Liste machen wir dann noch nächste Woche. Dankeschön, ja. Hast du denn noch eine Empfehlung, René? Eine kleine, vielleicht für diejenigen, die mal einfach, ja, die so ein Datsen-Abo haben und jetzt keinen Bock irgendwie auf Fußball haben. Natürlich ist der Klassiker die Darts-WM läuft. Oh ja, stimmt. Und vielleicht am Freitag, wenn ihr Zeit habt, mal da schauen, weil da ist nämlich Fallon Sherrock, die einzige Frau, die es bislang überhaupt geschafft hat, die erste Runde zu bestehen, hat auch die zweite Runde überstanden, tatsächlich und ist das nächste Mal dran am Freitag. Ich glaube, Live-Übertragung ist irgendwie ab 13.30, wenn ich das richtig im Kopf habe. 13.30 oder 20 Uhr abends immer, ja, genau. Genau. Und von daher, wer da, Bock hat, da mal reinzugucken. Ja, sehr geil. Wäre Freitag dann die nächste Runde, wo Fallon Sherrock antritt gegen Chris Dobby. Ah, okay. Weil leider ja aus deutscher Sicht sehr schade, Nico kurz ausgeschieden. Ja. Ja. Das ist natürlich sehr schade, aber gut, schauen wir mal. Aber cool, auf jeden Fall, muss man sich mal reinziehen und gehört ja auch irgendwie zur Weihnachtszeit dazu, ein bisschen Darts zu gucken. Das ist korrekt. Meine Frau kann das voll und ganz nicht verstehen. Aber Datsen läuft ja auch auf sämtlichen Mobilgeräten, von daher gibt es dann. Aber man muss auch sagen, fairerweise, damit wir nicht nur Datsen hypen, Sport 1 überträgt ja auch, dementsprechend könnt ihr auch auf Sport 1 ausweichen. Ja, könnt ihr auch auf Sport 1. Sollte keine Werbung sein, ist reine Markennennung, weil mir keine Umschreibung für Datsen eingefallen ist, außer Sportstreaming-Dienst, aber da weiß dann auch wieder keiner was mit gemeint hat. Hätte auch viel sein können. Nein, aber wie gesagt, also sehr, 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 sehr cool. Schaut rein und macht auf jeden Fall Spaß. Genau. Ansonsten, wie Dennis schon gesagt hat, genießt die Zeit, entspannt ein bisschen, lasst mal das Handy beiseite, lest keine Fußball-Nachrichten, die sind auch noch da, wenn ihr wieder da seid. Trinkt das ein oder andere alkoholische oder auch nicht-alkoholische Getränk, ganz wie es beliebt. Und ja, wir versuchen noch eine Folge nach Weihnachten zu machen und ansonsten machen wir dann danach ein kleines Päuschen, soweit können wir auch schon sagen und sind dann auf jeden Fall im neuen Jahr, wenn die Eintracht in die Vorbereitung startet, definitiv wieder am Start. Wir entlassen euch jetzt erstmal in diese Weihnachtsfeiertage, wünschen euch wunderbare Weihnachten, mögen all eure Geschenkeswünsche in Erfüllung gehen und ja, melden uns bei gegebener Zeit wieder. Bis dahin, macht's gut, Tschööö Hey Hey Eskanabangbun Hey 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 Eskanabangbun Hey Hey Eskanabangbun Hey 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 Eskanabangbun